Herzlich willkommen zur Lage der Nation, eine neue Ausgabe mit der Nummer 139 vom 28. April 2019. Wie immer mit am Mikrofon, mein Name ist Philipp Banzer und ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind, dass du wieder dabei bist, wenn es heißt Willkommen zur Lage der Nation. Und wir begrüßen euch wie immer mit kurzen Hausmitteilungen. Dieses Mal freuen wir uns ganz besonders eine neue Live-Show ankündigen zu können. Und zwar die Lage live in Konstanz am Bodensee. Genau, wann ist das nochmal? 25. Mai. Genau, das ist ein Samstag, Samstag der 25. Mai. Ich gucke mal ganz schnell in den Kalender, nicht, das ist ein Unsinn erzählt, aber ich meine, ja, es ist der 25. Mai. Könnt ihr euch schon mal merken und Tickets gibt es, wenn ihr diese Lage hört, auch schon zu kaufen unter lage.live. Ja, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben da einen sehr, sehr schönen Saal organisiert und sind erstmals in Konstanz zu Gast. Und damit natürlich auch in Reichweite für die lieben Hörerinnen und Hörer, die uns aus der Schweiz verfolgen. Wir haben eine ganze Reihe hübscher Lagebilder schon aus der Schweiz bekommen. Und auch deswegen dachten wir uns, macht es Sinn mal in den extremen Süden Deutschlands zu fahren. Einfach damit auch die Schweizerinnen und Schweizer mit am Start sein können. Unser erstes Thema diese Woche ist die sogenannte Mitte-Studie, die für eine ganze Menge Wirbel und auch ein paar Bildtitelzeilen gesorgt hat. Die Friedrich-Eber-Stiftung, also eine SPD-nahe Parteistiftung, hat eine Studie veröffentlicht, die die politischen Auffassungen in Deutschland untersucht hat. Das ist ja immer ein interessantes Thema. Und in den Medien hieß es zu diesem Ergebnis der Studie, so die These, die grobe These, dass rechtsradikale Ideen in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. Das war so in der Medienberichterstattung über diese Studie der Tenor. Und wir haben uns gefragt, ob das wirklich stimmt. Da gab es ja auch einige Berichte, die das dann angezweifelt haben und die das in Frage gestellt haben und die die Studie doch ein bisschen anders dargestellt haben. Und deswegen haben wir uns diese Studie nochmal angesehen. Ja, ganz genau. Und wir haben uns nämlich die Frage auch gestellt, wie diese Medienberichterstattung eigentlich funktioniert. Und ich denke, da ist doch einiges ganz schön zugespitzt worden. Aber zunächst mal zu den Fakten. Diese Mitte-Studie wird seit 2006 alle zwei Jahre erstellt. Vor gab es schon Vorläuferstudien. Wie gesagt, im Auftrag der Friedrich-Eberth-Stiftung. Lange hat das ein Institut an der Uni Leipzig gemacht. Seit 2014 ist jetzt das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, kurz IKG, zuständig. Und es geht insbesondere um rechtsextreme und rechtspopulistische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Genau, also es wird jetzt in dem Folgenden so ein paar Begriffe geben. Deswegen müssen wir die, glaube ich, zuerst mal auseinander tüdeln. Also es gibt Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Fangen wir mit Rechtsextremismus an. Wenn wir darüber reden, müssen wir wissen, wie wird das hier verstanden? Rechtsextremismus. Also da gab es 2001 eine Konferenz, vor allem von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern, die sich da mal ein paar Gedanken gemacht haben. Und die sind mit einer Arbeitsdefinition um die Ecke gekommen, die da lautet, der Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Also man geht davon aus, nicht alle Menschen sind gleichwertig. Und dieses äußert sich im politischen Bereich, in der Affinität zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen und Verharmlosung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Und im sozialen Bereich äußert sich das dann zum Beispiel durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozial-darwinistische Einstellungen. Also sozial-darwinistisch ist halt so viel wie, es gibt Menschen, die mehr oder weniger wert sind. Der Stärkere setzt sich durch. Der Stärkere setzt sich durch, das sind so die Richtungen. Genau, und das waren so die Definitionen, wie gesagt, aus 2001. Und dann hat man die runtergebrochen zu sogenannten Items, also Einzelfragen. Und die hat man dann in zwei Teststudien mal ausprobiert. Und die Fragen sind so wie, da wird immer nach der Zustimmung von gar nicht bis sehr stark gefragt zu Thesen wie, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Oder die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Stimmen Sie zu, wie sehr unterstützen Sie diese These? Ganz genau, oder die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Und seit 2006 werden da immer dieselben Fragen gestellt, damit diese Studien untereinander vergleichbar werden. Und das werden wir nämlich gleich auch mal machen. Genau, und jetzt hat es also in den Ergebnissen, die Ergebnisse 2019 gegeben. Und wie gesagt, da haben die Medien teils sehr alarmierende Schlagzeilen draus geflochten. Spiegel Online schreibt, jeder zweite Deutsche hat Ressentiments gegen Asylsuchende. Und die Mitautorin dieser Studie, Frau Küpper, sagt in der Badischen Zeitung, die Mitte der Gesellschaft droht ihren Kompass zu verlieren. Also auch die Mitautorin dieser Studie malt da eher ein düsteres Bild. Aber wenn man mal genauer hinsieht, dann ist das vielleicht nicht falsch. Aber die Studie enthält zumindest auch viele durchaus ermutigende Erkenntnisse. Ja, das würde ich auch so einschätzen. Also zum Beispiel, und das steht auch zum Beispiel in der Analyse der Ebert Stiftung ganz am Anfang. Eindeutig und offen rechtsextreme Einstellungen werden vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Und zwar Großteil heißt in diesem Fall 97 bis 98 Prozent. Lediglich zwei bis drei Prozent der Befragten äußern sich klar rechtsextrem. Und zwar interessanterweise im Osten nicht mehr als im Westen Deutschlands. Und hier gibt es auch im Westen kaum Veränderungen in den letzten fünf Jahren. Im Osten sind die Zustimmungen nach einem auffälligen Anstieg 2016, Stichwort sogenannte Flüchtlingskrise, jetzt wieder auf dem niedrigen Ausgangsniveau. Das heißt mit anderen Worten, bei dem Rechtsextremismus, also bei den richtig krassen, harten Einstellungen, ist es wieder zurückgegangen. Zwei bis drei Prozent sind natürlich immer noch viel zu viel. Aber da muss man sagen, finde ich, für Alarmrufe besteht da eigentlich noch kein Anlass. Ja, vor allem auch, wenn man sich die Entwicklung nicht nur in den letzten Jahren, sondern mit einem größeren Punkt anguckt, nämlich Fremdenfeindlichkeit. Ein Unterpunkt von Rechtsextremismus ist Fremdenfeindlichkeit. Und die ist in den letzten Jahren von 7,7 auf 8,9 zwar angestiegen. Das sind 1,2 Prozent Punkte oder eben 15 Prozent mehr. Das klingt erstmal schlimm. Aber es bedeutet eben auch, dass nur jeder zwölfte Mensch etwas gegen Menschen mit Migrationshintergrund hat. Das kann man natürlich sagen, es sind immer noch zu viele. Ja, selbstverständlich. Aber es zeigt halt auch, die Wahlerfolge der AfD haben schon viel mit Protest zu tun. Und lange nicht alle, die AfD wählen, sind jetzt wirklich harte Fremdenfeinde oder harte Rechtsextremisten. Und ich finde vor allem im Langzeitvergleich der Fremdenfeindlichkeit sieht es noch viel besser aus, wenn man sich nämlich überlegt, dass im Jahr 2006, als diese Studie zum ersten Mal durchgeführt wurde, jedenfalls genau mit diesem Setting, 26,7 Prozent der Bevölkerung fremdenfeindliche Thesen vertreten haben. 26,7, das war damals mehr als ein Viertel. Vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Und heute sind es eben nur noch ein Drittel davon, eben die wie gerade, wie gesagt, 8,9 Prozent. Wie gesagt, immer noch zu viel. Aber wenn man sich überlegt, dass da in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum nur noch ein Drittel der Menschen Fremdenfeindlichkeit, also ein Drittel der Menschen von damals fremdenfeindliche Thesen vertritt, dann finde ich, wie gesagt, immer noch zu viel. Aber die Tendenz geht doch in die richtige Richtung. So, und auch interessant fand ich, dass der Rechtsextremismus insgesamt ebenfalls auf dem Rückzug ist. Also Rechtsextremismus, der berücksichtigt eben noch so ein paar mehr Aspekte als Fremdenfeindlichkeit, wie zum Beispiel Antisemitismus oder eben diesen Sozialterminismus, den du auch schon erwähnt hast. Und misst man das, also dieses größere Feld, Rechtsextremismus insgesamt, dann sieht man folgende Zahlen auch auf so einer Zeitleiste. 2006, als es losging, 8,6 Prozent der Bevölkerung. Das war von zwölf Jahren fast das Vierfache von dem, was wir heute haben. 2006, 8,6 Prozent der Bevölkerung rechtsextremistisch. 2016 waren es noch 2,8 Prozent der Bevölkerung, zehn Jahre später. Und jetzt sind es 2,4 Prozent der Bevölkerung. Noch mal weniger geworden. Noch mal weniger geworden. Das muss man sich überlegen. Trotz der sogenannten Flüchtlingskrise, trotz 2016 auf 8, genau. Trotz dieser ganzen Agitation der AfD und trotz Internet und Filterblasen und diesem Ganzen, was wir in der Lage ja auch schon wirklich sehr ausführlich, denke ich mal, besprochen haben, sieht man trotzdem, geht der Rechtsextremismus in der Bevölkerung weiterhin zurück. Wie gesagt, ich will jetzt keine völlige Entwarnung geben. Ja, auch 2,4 Prozent der Bevölkerung sind natürlich immer noch viel zu viele Rechtsextremisten. Aber man kann jetzt nicht sagen, morgen haben wir irgendwie eine rechtsextreme Mehrheit im Bundestag. Aber woher kommt denn dann dieses Gefühl, dass insgesamt so, sagen wir mal so, diese, sagen wir mal so, die rechte Debatte stärker geworden ist? Ja, das liegt daran, dass es schon bestimmte Items gibt in dieser Studie, die sich unschön entwickelt haben, wenn auch nicht weiter verschlechtert haben, nämlich rechtspopulistische Einstellungen. Das heißt also, einzelne Aspekte von Einstellungen, die, wenn sie in der Masse auftreten und breit sind und extrem stark auftreten, rechtsextremistisch sind, sind eben rechtspopulistisch. Und da ist einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Items quasi, oder einer der wichtigsten Marker ist die hohe Zustimmung zu sogenannter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wo man also davon ausgeht, dass man sich, dass man bestimmte Menschen ablehnt oder bestimmte Menschen möglichst nicht im Lande haben möchte. Und da muss man sagen, und das ist auch das, was dann zum Beispiel der Spiegel zur Schlagzeile gemacht hat oder Spiegel Online vielmehr, rund 50 Prozent der Bevölkerung neigen zur Abwertung von asylsuchenden Menschen. Ja, 50 Prozent, jeder Zweite, das ist natürlich in der Tat alarmierend. Und außerdem, ebenso viele neigen übrigens zur Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen, also Stichwort Hartz IV. Jeder Zweite in Deutschland neigt zur Abwertung, also findet doof, jetzt mal untechnisch formuliert, Menschen, die auf Hartz IV sind. Und wie unterscheidet sich jetzt nochmal rechtspopulistisch von Rechtsextremen, also wie definieren die rechtspopulistische Einstellungen, ist das so eine Art, weil du sagst, das ist eben so eine Untergruppe, also wenn sich sozusagen viele auf ein Thema aus diesem Rechtsextremismusbereich konzentrieren. Das ist deutlich weiter verbreitet, schreiben sie hier als Rechtsextreme, sind rechtspopulistische Einstellungen und das sind eben in der Studie hier festgemacht an diesem Beispiel der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also wer zum Beispiel was gegen Ausländer hat oder gegen Menschen, die von Hartz IV leben, der ist deswegen noch kein Rechtsextremist, weil dazu, zu dieser quasi Diagnose Rechtsextrem gehört viel mehr als zum Rechtspopulismus. Rechtspopulismus sind, wenn du willst, einzelne nach rechtsabdriftende oder eben menschenfeindliche Einstellungen, aber auch noch kein verfestigtes Weltbild. Und beim Rechtsextremismus war es ja auch diese grundlegende Annahme, dass halt Menschen unterschiedlich viel wert sind und hier ist es so eine gruppenbezogene Feindlichkeit. Ja und wenn, also wie gesagt, es wird nicht so ganz deutlich hier in dem, was ich bislang gelesen habe zu dieser Studie, aber wenn ich das richtig verstanden habe, es ist nicht hundertprozentig deutlich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass Rechtspopulismus eher so Einzelmarker sind, während rechtsextreme Einstellungen ein sehr breites, wie soll ich sagen, festgefasstes Weltbild meint und mit ganz vielen Aspekten, die dann, ich glaube sechs Items sind insgesamt, die da abgetestet werden. Okay, aber auch diese, sagen wir mal, du hast es gesagt. Aber wir verlinken die Studie, also wer das genau wissen will, kann er nochmal nachdenken. Genau, also 50 Prozent lehnen also Asylsuchende ab und Langzeitarbeitslose, das ist aber auch im Vergleich zu 2014, also im letzten fünf Jahren, keine Steigerung, sondern das bleibt stabil bei rund, also rechtspopulistische Positionen bleiben stabil bei rund 20 Prozent. Genau, das heißt also jeder Fünfte hat rechtspopulistische Positionen, wie gesagt, da gibt es so einen Aufschlag nach oben bei den Ressentiments gegenüber Asylsuchenden Menschen, das teilen 50 Prozent, aber insgesamt haben wir so ein rechtspopulistisches Weltbild, 20 Prozent der Bevölkerung, ein Fünftel, immer noch sehr viel, aber man muss schon sagen, die Wahlerfolge der AfD haben eben nichts mit der Zunahme solcher Auffassungen zu tun, sondern die sind konstant geblieben in diesen Untersuchungen. Die schöpft das nur aus. Genau, die AfD schöpft ihr Potenzial und zwar auch schon sehr weit aus, also die AfD ist quasi so ein bisschen nahe, jedenfalls der Obergrenze ihres Wählerpotenzials, andererseits muss man natürlich sagen, sind 20 Prozent jetzt eben auch keine kleine Minderheit mehr und das ist glaube ich auch der Grund für diese Diagnose, die man in manchen Medienberichten dazu gelesen hat, dass solche Auffassungen nunmehr in der Mitte der Gesellschaft verwurzelt sind. 20 Prozent sind keine Mehrheit, aber sind eben auch nicht nur Einzelne, wie bei dem Rechtsextremismus und da muss halt einfach davon ausgehen, auf jeder Familienfeier gibt es den schrägen Onkel, der irgendwie rechtspopulistische Schlagworte raushaut. Also ist das nicht falsch, diese Diagnose? Aber sie überzeichnet das Bild, insbesondere weil die Tendenz eben eher erfreulich ist, muss man sagen. Auch rechtspopulistische sind seit fünf Jahren konstant. Genau und rechtsextremistische Sinsen, Fremdenfeindlichkeit sinkt und so. Also es gibt einige Anzeichen dafür, dass es jedenfalls sich nicht deutlich verschlimmert im Bereich dessen, was man so mit AfD assoziiert. Auf der anderen Seite ist es aber eben schon so, dass es nicht nur Minderheiten sind, die jedenfalls gefährdet sind. Also wenn man mal das auf einer Skala sich überlegt, von fest demokratisch über rechtspopulistisch bis rechtsextremistisch, dann sieht man eben, dass es eben auch keine rein, wie soll ich sagen, keine ganz kleinen Minderheiten sind, die jedenfalls ansprechbar sind für rechtspopulistische Thesen. Es gibt allerdings noch ein Feld, wo die Studie wirklich Stinnrunzeln provoziert. Ja, das habe ich auch gedacht und zwar geht es da um Verschwörungstheorien und immer mehr Menschen glauben nämlich laut dieser Studie an Verschwörungstheorien, so meinen 46 Prozent der Befragten, das ist fast die Hälfte, es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Das ist gruselig, oder? Also fast die Hälfte, dass es sozusagen geheime, unbekannte, uns unbekannte Organisationen gibt, ja, Freimaurer, keine Ahnung, fast ein Viertel der Befragten meint, Medien und Politik steckten unter einer Decke, vermute ich mal heißt sowas wie sprechen sich ab. Oder Medien verschweigen Dinge, weil es der Politik unlieb wäre oder was weiß ich, ja. Jeder zweite, jede zweite befragte Person, also auch die Hälfte, gibt an, also den eigenen Gefühlen mehr zu trauen und zu vertrauen als Expertinnen und Experten. Ja und das ist ja auch was, was wir in der Lage schon öfter diskutiert haben, das kann man ja in ganz vielen Phänomenen wieder sehen, zum Beispiel Impfskepsis ist ja so ein Beispiel, oder wir kommen auch in der Lage später noch zu anderen Beispielen. Dass man halt einfach nicht das glaubt, was die Wissenschaft rausgefunden hat, sondern immer denkt, weiß ich nicht, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kommt man eben zu den bizarrsten Vorstellungen bis hin zu irgendwie Chemtrails, ja, wir werden alle vergiftet von Flugzeugen, die irgendwie über uns Gift aussprühen. Also das muss man leider sagen, Verschwörungstheorien nehmen zu und Skepsis gegenüber Medien, was natürlich ausgesprochen problematisch ist, Stichwort Fake News. Und es gibt ja leider auch Politikerinnen und Politiker, die ganz bewusst Skepsis gegenüber Medien sehen. Donald Trump ist natürlich mit seiner Fake News und Propaganda sicherlich einer der schlimmsten Treiber. Aber zum Schluss haben wir aber auch noch eine gute Nachricht, nämlich zum Thema Demokratie im Großen und Ganzen. Nämlich, die steht hoch im Kurs, wer hätte das gedacht? Rund 86 Prozent halten es für unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. Das ist also die überwältigende Mehrheit. 93 Prozent sind der Ansicht, die Würde und Gleichheit aller sollte an erster Stelle stehen. Was interessant ist, 93 Prozent sagen Würde und Gleichheit sollte an erster Stelle stehen. Die Würde des Menschen steht ja auch im Artikel 1 des Grundgesetzes. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich 50 Prozent, die sagen oder die jedenfalls Vorbehalte haben gegenüber Menschen, die Asyl suchen. Also ganz eindeutig sind eben auch die Weltbilder oder die Angaben der Personen dann doch wieder nicht. Das ist so interessant. Also quasi abstrakt sagen Würde und Gleichheit fast alle, ja, 93 Prozent. Zum Gleichein sagt aber jeder Zweite, er findet Menschen, die Asyl suchen doof. Also da sieht man auch mal wieder menschliche Welten, da sind eben auch nicht Widersprüche. Ja, aber da würde ich schon sagen, da macht es schon den Unterschied zwischen Rechtsextrem und Rechtspopulismus. Weil wenn hier steht, 93 Prozent der Ansicht, Würde und Gleichheit an erster Stelle stehen sollte, dann sind dem Widersprechen offen nur die Rechtsextremisten. Ja, also sind die sieben Prozent, die es anders sehen. Und die Rechtspopulisten sagen, ja, wir finden Asylsuchende doof. Ja, aber sehen den Widerspruch. Sehen vielleicht den Widerspruch nicht oder argumentieren halt anders. Nicht, dass sie sie abwerten, nur die haben vielleicht schon auch, sagen wir mal, sind wie wir, aber daraus erwächst nicht das Recht hier Schutz zu suchen. Ja, so ein bisschen differenziert. Ja, genau, so würde ich deren Logik eher interpretieren, dass sie die nicht abwerten, sondern einfach sagen, ja, ja, die sind schon, sagen wir mal, gleich wie wir im Prinzip, aber daraus erwächst nicht das Recht hier Schutz zu suchen. So würde ich diese Zahlen interpretieren. Aber klar ist das auch nicht immer kohärent, was die da angeben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, über ein Drittel fühlt sich von der Politik nicht vertreten und nimmt sich als politisch machtlos wahr. Und das ist natürlich eine echte Fehlleistung der Demokratie, das muss man schon sehen. Also ohne jetzt Einzelne rausgreifen zu wollen, muss man sehen, wenn in einem politischen System ein Drittel den Eindruck hat, sie haben letztlich nichts zu melden, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Ich denke mal, das ist ein erhebliches Problem und dieses Problem hat auch einen Namen, nämlich Lobbyismus und Interessenkonflikte von Politikerinnen und Politikern. Spielt zumindest eine große Rolle. Spielt jedenfalls eine große Rolle. Das ist sicherlich nicht der einzige Driver. Natürlich sind auch Verschwörungstheorien beteiligt daran, dass Menschen sich machtlos fühlen. Aber ich denke, Lobbyismus und Interessenkonflikte haben einen erheblichen Einfluss auf dieses Gefühl von Ohnmacht und nicht vertreten werden. Und ja, ein paar Beispiele auch für dieses doch, wie soll ich sagen, teilweise Versagen oder jedenfalls diese Schwäche unseres Regierungssystems, hören wir gleich in unserem Interview. Ja genau, wir haben uns nämlich jetzt zum Interview verabredet mit Gerhard Schick. Der ist seit 1996 Mitglied bei den Grünen und saß auch für die Grünen von 2005 bis 2018 im Bundestag, bis er dann sein Mandat freiwillig niedergelegt hat und Vorstand geworden ist, der damals neu gegründeten Bürgerbewegung Finanzwende. Ein Verein, der ja auch als Reaktion auf die Finanzkrise gegründet wurde und sich für ein nachhaltiges und stabiles Finanzsystem einsetzt. Und die erste Frage ist, Anlass dieses Interviews ist auch, Fusion Deutsche Bank, Commerzbank war geplant, ist jetzt geplatzt. Es gab viel Kritik an dieser geplanten Fusion, nur Olaf Scholz, Finanzminister, war eigentlich so einer der wenigen, die dahinter standen und die Fusion vorangetrieben haben. Nun ist sie, wie gesagt, abgesagt worden. Herr Schick, ist das eine gute Nachricht? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass die Fusion abgesagt worden ist. Die Vorstände haben das erkannt, was viele Externe und auch ich schon vorher gesagt haben. Das wird kein Erfolg werden, wenn zwei kränkelnde Institute da zusammengehen. Und vor allem hätte sich das Risiko für den Steuerzahler vergrößert, weil damit ein Institut, was sowieso schon zu groß ist, nämlich die Deutsche Bank, noch größer geworden wäre. Ja, Sie sprechen gerade die Größe der Deutschen Bank an. Zur Rechtfertigung dieser geplanten Fusion wurde immer wieder angeführt. Deutschland brauche unbedingt noch größere Banken. Wir bräuchten unbedingt quasi internationale Player, internationale Champions. Was sagen Sie denn zu diesem Argument? Es ist erschreckend, wie schnell vergessen worden ist, was man nach der Finanzkrise gesagt hat. Denn da wurde ja gesagt, ja, wir müssen ja jetzt dummerweise Milliarden reinstecken, um große Banken zu retten, weil sie pleite gehen zu lassen, ist zu gefährlich. Damit hat man begründet, dass Deutschland inzwischen 68 Milliarden Euro für die Bankenrettungen ausgegeben hat. Und das Versprechen war aber, im Gegenzug sorgen wir jetzt dafür, dass wir in diese Situation nie wieder reinkommen, dass also nie wieder Steuergeld aufgewendet werden muss für Bankenrettungen. Und das kann man natürlich nur dadurch machen, dass man diese Situation, dass es da ein zu großes Institut gibt, was bei einer Pleite große Schäden für die Volkswirtschaft verursachen würde, dass man diese gar nicht mehr zulässt. Aber im Gegenteil ist es so, dass einige Banken noch größer geworden sind. Und das wäre jetzt bei der Fusion auch mit der Deutschen Bank passiert. Bei solchen großen Instituten trägt quasi der Steuerzahler einen Teil der Risiken. Und das wäre auch ein Teil der Logik dieser Fusion gewesen, dass der Steuerzahler letztlich Garant für die Deutsche Bank wird und sie dadurch stabilisiert wird. Und ich finde, das geht so nicht. Jetzt ist ja diese Fusion abgesagt worden. Wir sind ungefähr, je nach Rechnung, zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise. Steht denn jetzt diese deutsche Kreditwirtschaft irgendwie besser da, um solche ähnlichen Finanzkrisen, wie sie damals hatten, besser zu überstehen, vor allen Dingen auch ohne Steuermilliarden? Ja und nein. Es ist natürlich einiges passiert. Gerade die Europäische Kommission hat bei einigen Landesbanken durchgesetzt, dass sie entweder abgewickelt oder verkauft werden, so wie die West-LB oder die HSA-Noc-Bank. Es hat sich also schon ein bisschen was getan. Dazu kommt ein wichtiger Fortschritt, dass in Europa die Bankenunion gegründet worden ist. Also das Problem, was wir bei der Hypo Real Estate hatten, die ja zu einer Hälfte eigentlich eine irische Bank war und dass es dann ganz schwierig war, damit umzugehen, das haben wir jetzt durch bessere europäische Institutionen gelöst. Aber es bleibt bei ganz großen Instituten das Problem, dass sie einfach nicht abgewickelt werden können, wenn sie in eine Schieflage kommen. Und deswegen ist Stand heute auch noch so, dass wir befürchten müssen, wenn es bei der Deutschen Bank oder jetzt bei anderen Instituten wie BNP Paribas in Frankreich zum Beispiel, wenn es da ein Problem gibt, dass dann der Steuerzahler immer noch in der Pflicht ist. Und damit ist das zentrale Versprechen von 2008, wir sorgen dafür, dass der Steuerzahler nie wieder in so eine Situation kommen kann, und dass er retten muss. Dieses Versprechen ist nach wie vor nicht eingelöst worden. Ganz kurz noch eine Nachfrage. Was heißt Bankenunion? Bankenunion ist die Vergemeinschaftung von einigen Aufgaben im Bereich Bankenaufsicht, aber auch Bankenabwicklung in Europa. Das heißt, für die Beaufsichtigung der Deutschen Bank und der Commerzbank ist jetzt nicht mehr die deutsche Institution BaFin zuständig, sondern die Europäische Zentralbank als Bankenaufsichtsbehörde. Und wenn die in eine Schieflage kommen, dann gibt es einen europäischen Abwicklungsmechanismen, der bestimmte Regeln vorsieht, wo es aber auch gefüttert durch eine Bankenabgabe einen Fonds gibt, der ermöglicht, solche Banken dann leichter abzuwickeln. Denn Banken kann man nicht so pleite gehen lassen wie normale Unternehmen. Deswegen braucht man da spezielle Institutionen. Und weil wir eben einen Binnenmarkt in Europa haben, war das vorher ein Problem, das immer noch national geregelt war. Das hat Schwierigkeiten verursacht in der Finanzkrise. Und die Bankenunion verbessert diese Situation. Sie engagieren sich ja mit Ihrer Organisation Bürgerbewegung Finanzwende für mehr Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten. Was sind denn Ihre wesentlichen Forderungen? Die zentrale Forderung ist, dass der Finanzsektor wieder wirklich im Dienst der Gesellschaft steht und nicht zu einem Kostenträger wird, der Krisen produziert und Probleme verursacht. Und das gibt es eben auf verschiedener Ebene. Wir haben gerade gesprochen über die Frage der Bankenrettungen. Also das wäre ja so ein Punkt, wo der Finanzsektor uns Probleme schafft, anstatt dass er Probleme löst. Das gilt aber auch im Verbraucherbereich. Wir haben nach wie vor sehr viele komplexe Produkte, die Probleme für den Kunden schaffen, anstatt dass sie ihm helfen, bei der Altersvorsorge zum Beispiel sinnvolle Produkte zu finden. Und wir wollen, dass der Finanzsektor wirklich im Dienst der Gesellschaft steht. Das ist leider bisher nicht der Fall. Und die Idee bei der Gründung war einfach, wir haben uns überlegt, was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert, seit auch Ausbruch der großen Finanzkrise. Und wir müssen feststellen, dass die zentralen Probleme dieses Finanzsektors nicht überwunden, sondern eigentlich alle noch da sind, und wir wollen deswegen mit Finanzwende dafür sorgen, dass wir die Reformen, die eigentlich seit Jahren versprochen sind, jetzt endlich durchsetzen können. Und was sind das für Forderungen und für Punkte, die jetzt noch offen sind? Da nehmen Sie im großen Bereich Finanzberatung. Kriegt eigentlich heute der Kunde, wenn er irgendwo an den Bankschalter geht oder zu einem Versicherungsvermittler oder so, kriegt er dann die Produkte, die er braucht? Oder ist da ein Interessenkonflikt, sodass er nach wie vor eigentlich die Produkte bekommt, die gut für das Unternehmen sind, aber nicht gut für den Kunden? Und da muss man eben in Deutschland sagen, wir haben nach wie vor massive Interessenkonflikte bei der Finanzberatung. Das ist eigentlich keine Beratung häufig, sondern das sind Verkaufsgespräche, weil die Provisionen, die die Beratenden bekommen für die Produkte, die sie in den Markt drücken, die steuern eigentlich, was verkauft wird. Und wir wollen, dass es in Zukunft eine Finanzberatung ohne Interessenkonflikte gibt. Sie plädieren ja in Ihrem Buch Machtwirtschaft, nein, danke für eine Wirtschaft, die uns allen dient, ganz allgemein dafür, das ökonomische im Interesse einer menschenwürdigen Ordnung stärker zu begrenzen. Welche Forderungen würden Sie denn da noch aufstellen? Also abgesehen davon, dass Sie sagen, die Kreditwirtschaft muss sich stärker an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden orientieren. Naja, wir sehen das beim Thema Datenschutz bei den großen Internetkonzernen zum Beispiel, dass in dem Moment, wo ein Unternehmen wie Facebook seine große Marktmacht erzielt hat, es weniger Rücksicht genommen hat auf die Datenschutzaspekte von den Kunden, da sieht man, dass wenn Unternehmen zu groß werden, dass sie dann nicht mehr wirklich auf die Kundeninteressen Rücksicht nehmen müssen. Oder nehmen Sie Unternehmen wie Amazon oder Ikea, wo deutlich wird, dass sie einfach viel weniger Steuern zahlen als vergleichbare Handels- oder Möbelunternehmen, die mittelständische Unternehmen sind. Und dann wird es natürlich schief in unserer Wirtschaft. Wenn die großen Unternehmen Vorteile haben gegenüber den kleinen, dann wird es immer eine weite Konzentration bei wenigen Großunternehmen geben. Und das ist schlecht für den Verbraucher, weil dann die Angebotsvielfalt abnimmt. Und das führt letztlich auch zu einem Problem politischer Macht. Denn sehr große Unternehmen werden dann auch irgendwann politisch mächtig. Aber wir haben doch ein Kartellamt und wir haben doch Regelungen dafür, dass Unternehmen nicht zu groß werden und dass, sagen wir mal, eine Marktbeherrschungsstellung nicht missbraucht werden kann. Reicht das? Ja, die sind teilweise nicht ausreichend, teilweise passen sie für die moderne Internetwirtschaft nicht so richtig. Ich will zwei Beispiele nennen. Jetzt bei der Deutschen Bank und der Commerzbank bei der Fusion hätte eigentlich ja ein Kartellamt sagen müssen, wenn die Deutsche Bank eh schon too big to fail, also zu groß ist, dann darf sie doch nicht noch ein Unternehmen zukaufen. Aber genau diese Art Fusionskontrolle bei den Banken, die notwendig wäre, die gibt es bisher nicht. Die müsste erst durchgesetzt werden und dafür setzen wir uns auch ein. Ein zweites Beispiel ist im Bereich das Internet, dass da die Kriterien, die die Kartellämter bisher anlegen, häufig nicht greifen, weil sie für eine alte Form von Wirtschaft gemacht worden sind und die Art von Wettbewerb, wie sie in der Internetwirtschaft typisch sind, nicht berücksichtigen. Und häufig kommt das Kartellamt einfach auch zu spät mit seinen Verfahren oder wenn es die Europäische Kommission als Wettbewerbsbehörde ist. Wenn dann irgendwie zehn Jahre später dann ein Verfahren fertig ist, dann hat sich die Marktmacht schon verfestigt. Von daher brauchen wir bessere Regeln, um Marktmacht einschränken zu können. Ja, vielleicht nochmal zurück zu den Finanzmärkten. Ein recht prominentes Beispiel aus der letzten Zeit für Missbräuche an den Finanzmärkten war ja der sogenannte Cum-Ex-Skandal. Nochmal für ganz kurz zur Erinnerung, da haben sich also bestimmte Akteure an den Finanzmärkten Steuern erstatten lassen von verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sie nie gezahlt hatten. Ob das legal war oder nicht, ist, wie wir in der Lage schon öfter gesagt haben, umstritten. Auf jeden Fall aber ist es sicherlich eine Form des illegitimen Schröpfens der öffentlichen Haushalte. Was denken Sie denn, welche Lehren muss man aus diesem Cum-Ex-Skandal ziehen? Das ist ein weiteres Ziel, was wir mit Finanzwende haben. Ein Finanzmarkt, in dem es weniger Kriminalität gibt. Das klingt erstmal ziemlich banal, aber wenn man sich anschaut, wie viele Betrugsfälle im Kapitalmarkt es gibt, dieser große Umfang an illegalen steuergetriebenen Geschäften oder auch diese ganze Geldwäsche-Skandale, die wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, dann stellt man eben fest, ein Finanzmarkt, in dem es rechtmäßig zugeht, wo weniger Kriminalität ist, ist ein Ziel, für das man erst richtig streiten muss. Der heutige Finanzmarkt bietet häufig viel Raum für Kriminalität. Konkret bei den Cum-Ex-Fällen ist es so, die Finanzbehörden, sowohl die Finanzaufsicht, die sozusagen von der Bankenseite oder Fondsseite reingeht, als auch die Steuerbehörden, haben über Jahre gar nicht richtig gemerkt, was da passiert oder haben es nicht verstanden, haben Hinweise aus dem Markt auch nicht genutzt. Und das Wichtigste ist jetzt für die Zukunft sicherzustellen, dass so etwas nicht nochmal vorkommen kann. Dafür muss man die Institutionen besser aufstellen, sie müssen besser zusammenarbeiten und man muss auch ein paar gesetzlichen Regelungen etwas arbeiten, um überhaupt eine sinnvolle Zusammenarbeit auch grenzüberschreitend zu ermöglichen. Denn bei Cum-Ex hatten wir es eigentlich so ähnlich wie im amerikanischen Krimi. Die Kriminellen konnten irgendwie über die Grenze agieren, aber der Sheriff muss an der Staatengrenze umdrehen. So ist ein bisschen die Welt in der Steuerpolitik in Europa, so konnten die Cum-Ex-Akteure eben länderübergreifend in Europa relativ viel Geld abgreifen, was eigentlich uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gehört. Und die Staaten haben jeder vor sich hin gewurstelt und nicht sinnvoll kooperiert. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Also wir haben ja hierzulande viele, die den Service von Banken durchaus ambivalent sehen. Also einerseits ist es unter Umständen sehr einfach, Geldgeschäfte online mit Online-Banking abzuwickeln. Das ist sehr komfortabel. Können aber nicht alle, wollen nicht alle. Viele wollen Geldautomaten haben, viele wollen gerade ältere Leute vielleicht noch Filialen auf dem Land haben, wird aber alles immer weniger und abgebaut. Braucht man da so eine staatliche, gesetzliche Pflicht für eine Art Grundversorgung mit, würde ich mal sagen, analoger Geldstruktur? Ich kann mir vorstellen, dass wir in eine Situation kommen, wo das notwendig ist. Bisher ist es ja so, dass durch Volksbanken und Sparkassen eine relativ gute Versorgung in der Fläche da ist, besser als in anderen Staaten. Aber die gerät unter Druck, das ist auf jeden Fall so. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, an manchen Stellen haben wir eher eine Überversorgung mit Finanzprodukten und Krediten in Deutschland. Also dass viele Menschen Finanzprodukte bekommen oder auch Kredite bekommen, die sie besser nicht bekommen würden oder wo die Konditionen sehr schlecht sind. Wir haben zum Beispiel durch Testkäufe herausgefunden, dass die Bedingungen bei Konsumentenkrediten häufig sehr schlecht für die Kunden sind. Teilweise dadurch, dass Restschuldversicherungen mit dem Kredit kombiniert werden, also Produkte, die eigentlich keinen Nutzen für den Kunden bieten, dann insgesamt eine Zinsbelastung über 20 Prozent da ist. Und das in einer Zeit, wo eigentlich die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Da sieht man, um den Konsumenten und den Kunden zu schützen, müsste am deutschen Finanzmarkt noch richtig viel getan werden. Was müsste denn jetzt passieren, damit so eine Finanzkrise sich nicht wiederholt? Das haben Sie zum Teil schon angeschnitten, aber zum Teil ist es ja auch noch offen insofern, als dass eben, da haben Sie gesagt, Kunden nochmal nicht eher beraten werden, sondern eher Objekt von Verkaufsgesprächen noch sind. Was müsste sich denn da tun? Und es hat ja schon diverse Reformen gegeben, wo Banken mit Informationsblättern informieren müssen über Abhängigkeiten. War das alles für die Katz? Wenn man die letzten zehn Jahre seit Ausbruch der Finanzkrise zurückschaut, dann sieht man ja, es ist sehr viel an Gesetzgebung passiert. Es hat sich eigentlich viel geändert, sozusagen auf dem Papier. Und ich habe ja da selber mitgewirkt im Bundestag. Wir haben sehr, sehr viele Gesetze verabschiedet. Aber immer, wenn es an den Kern des Problems ging, ist es der Finanzlobby gelungen, die Veränderungen auszubremsen. Und dann wurde immer durch Ausnahmen doch noch versucht, dasselbe weiterzumachen. Und das ist das Ernüchternde oder Erschreckende, wenn man diesen Rückblick macht. Eigentlich könnten alle problematischen Entwicklungen, die wir 2008 hatten, heute nochmal so vorkommen. Also wir haben immer noch zu große Banken. Wir haben immer noch extrem komplexe Finanzprodukte, wir haben immer noch eine Finanzberatung, die nicht wirklich im Kundeninteresse ist, sodass sowas wie die Liemen-Oma, dass älteren Kunden, die komplexe Produkte verkauft worden sind, die sie nicht verstehen konnten, all das könnte heute eigentlich noch genauso stattfinden. Und da sieht man auch daran, es hat nicht an guten Ideen gemangelt. Die guten Ideen waren konkret im Gesetzgebungsprozess, aber der Finanzlobby ist es gelungen, das auszubremsen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt hoffentlich gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ein Gegengewicht zur Finanzlobby schaffen, damit in Zukunft die Gesetze so gemacht werden, dass sie für Bürgerinnen und Bürger gut sind. Ich habe nochmal eine letzte Nachfrage, weil das auch viel von unseren Hörern gefragt wird und ich mich das auch immer frage. Sie waren jetzt im Bundestag und Sie sagen, die Ideen waren da, die Gesetzesinitiativen waren da und trotzdem ist es der Finanzlobby gelungen, da Schlupflöcher rein zu moderieren. Wie genau funktioniert das? Warum können Parlamentarier, Parlamentarierinnen, die eigentlich wissen, eine gute Idee haben und wissen, was zu tun ist, dem nicht widerstehen? Die Lobbyisten haben ja keine Macht, sondern die kommen und überzeugen und reden und bringen Thesen und am Ende ist der Gesetzestext geändert. Wie funktioniert das? Da gibt es keine allgemeine Erklärung. Das ist in jedem Einzelfall wieder unterschiedlich. Bei Cum-Ex konnten wir zum Beispiel sehen, dass die entsprechende Abteilung im Finanzministerium nicht wirklich verstanden hat, um was es da geht. Sie hat dann beim Bankenverband um Rat gefragt und hat einen Vorschlag, den der Bankenverband unaufgefordert ans Finanzministerium geschickt hat, quasi eins zu eins ins Gesetzblatt übernommen. Das hatte auch damit zu tun, dass es einen Mitarbeiter gab im Finanzministerium, der teilweise dort noch ehrenamtlich dann nach seinem Ausscheiden mitgearbeitet hatte, während er von den Bankenverbänden finanziert worden ist. Also eine ganz komische Sache, die eigentlich in der ordnungsgemäßen Verwaltung nicht stattfinden kann. Das ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel ist, dass die Finanzlobby es schafft, über bestimmte Studien, über bestimmte Argumentationen, weil die einfach sehr viele Leute beschäftigen können, die immer auch sehr viel publizieren können, in vielen Debatten dabei sind. Es schafft, unser Bild zu prägen. Bei normalen Unternehmen schauen wir, wenn von Eigenkapital die Rede ist, immer auf das Verhältnis zwischen dem Eigenkapital eines Unternehmens und seiner Bilanzsumme. Nur bei Banken nicht. Bei Banken schaut man immer auf eine Sondergröße, nämlich die risikogewichteten Aktiva und damit scheinen die Banken immer mehr Eigenkapital zu haben, als sie eigentlich haben. Das heißt, es gelingt der Finanzbranche, die Diskussion völlig verzerrt darzustellen, sodass Menschen, die sich nicht sehr gut auskennen, auf eine falsche Fährte geschickt werden. Es sind also verschiedene Ansatzpunkte, aber man muss sich einfach vorstellen, es arbeiten hunderte von Menschen für Banken und Versicherungen hier allein in Berlin und die schaffen es, die Meinung im Parlament und in der Öffentlichkeit eben sehr stark zu beeinflussen. Und wir sind da jetzt ein erstes kleines Gegengewicht, aber wir hoffen, dass wir stark genug werden, um da wirklich auch ein relevantes Gegengewicht zu sein. Ja, vielen Dank, Herr Schick. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation. Gerhard Schick, langjähriger Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und heute Vorsitzender der Bürgerbewegung Finanzwende oder im Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende eines Vereins, der sich für ein nachhaltigeres und stabileres Finanzsystem einsetzt. Vielen Dank, Herr Schick. Vielen Dank. Der Herr Schick hat jetzt gesprochen von Lobbyismus, ja in Finanzfragen von der Finanzindustrie, aber das ist ja ein allgemein politisches Problem. Du hast ja da auch schon persönliche Erfahrungen gemacht. Ja, ganz genau. Ich habe da schon eine Reihe Erfahrungen gemacht, einfach weil ich ja seit, keine Ahnung, rund zehn Jahren immer mal wieder im Bundestag war für alle möglichen Anhörungen zu allen möglichen rechtspolitischen Themen, häufig im Bereich Strafrecht, Strafprozess oder eben Netzpolitik. Und da habe ich schon die eine oder andere bizarre Erfahrung gemacht. Also grundsätzlich mal ist ja die Idee dabei, die Bundestagsabgeordneten repräsentieren das Volk, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Das Problem ist bloß, dass diese Abgeordneten natürlich auch allen möglichen Einflüssen unterliegen. Nur das Problem ist, das Volk nimmt leider kaum Einfluss auf die MDBs. Klar, man kann natürlich im Wahlkreis ins Büro gehen, man kann Briefe schreiben und so, aber das Volk hat normalerweise in Berlin keine eigene Repräsentanz im Bundestag, sondern das sind halt die Abgeordneten, die repräsentieren das Volk. Aber da sind die Interessen der Allgemeinheit leider nicht so wahnsinnig gut vertreten, dafür aber herrscharen von Lobbyisten, die im politischen Berlin ihren Einflussgeld machen, die sich ständig irgendwelche Termine geben lassen mit den Abgeordneten, die im Bundestag rumlungern, die irgendwelche Veranstaltungen schmeißen. Und das heißt also, die Interessen von häufig sehr wenigen, insbesondere wirtschaftlich starke Interessen, sind im Bundestag sehr, sehr gut repräsentiert. Die haben ihre Hauptstadtbüros, die haben alle möglichen Leute, die da arbeiten und ständig mit den Abgeordneten reden. Und Menschen wie du und ich haben im Zweifel im Bundestag aber keine Lobbyisten sitzen, die sich für unsere Interessen einsetzen. Es gibt ja natürlich immer so, sagen wir mal so, Partikulten, ich will nicht sagen Partikular, aber es gibt immer so Organisationen, die sich für bestimmte Untergruppen von sagen wir mal, des Allgemeinwohls der bürgerlichen Interessen einsetzen. Also deine Organisation, GFF ist so eine. Genau. Wir haben nun kein Lobbyismus, wir klagen, aber ja. Genau. Gut. Aber wir haben Themen. Themen so. Und ihr redet ja auch mit Politikern. Oder es gibt halt Umweltverbände, etc. nur der Punkt ist, dass die halt wesentlich weniger Menschen zur Verfügung haben, die für sie arbeiten, weil sie wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben. Ja, genau. Das ist so, dass diese, wie soll ich sagen, diese Waffenungleichheit. Diese Waffenungleichheit, was du gerade beschrieben hast, Philipp, ist ja das, was man so Zivilgesellschaft kennt. Also Organisationen von Menschen, denen bestimmte Anliegen am Herzen liegen, aber nicht, weil sie davon profitieren, sondern weil sie sie für wichtig halten. Menschen, die sich für Tierschutz einsetzen, die sich für Umweltschutz einsetzen, die sich für, keine Ahnung, faire Finanzindustrie einsetzen oder wie die GFF jetzt eben Menschen, die sich für die Geltung von Grundrechten einsetzen. Ja, das sind, das nennt man Zivilgesellschaft kollektiv. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich die Interessenvertretung zum Beispiel von der Wirtschaft, ja, von allen möglichen Wirtschaftsinteressen, was im Ansatz natürlich richtig ist. Das Kernproblem ist eben nur diese Ungleichheit, die du angesprochen hast. Wirtschaftsinteressen sind typischerweise extrem gut finanziert. Du kannst deine ganzen Lobbyausgaben nämlich als Werbungskosten in der Regel irgendwie von der Steuer absetzen. Bei der Zivilgesellschaft ist das ein großes Problem. Ja, du mit etwas Glück bist gemeinnützig, aber auch da haben wir gerade schon darüber gesprochen, werden die Regeln immer strenger und im Zweifel bist du jedenfalls von Spenden abhängig. Und da gibt es einfach ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht führt auch dazu, das kann man einfach sehr praktisch sehen an dem, was eben so politisch passiert, dass die Interessen von ganz wenigen im Bundestag total überrepräsentiert sind. Wie gesagt, im Prinzip haben wir Volksvertreter, aber die Volksvertreter bekommen eben was eingeflüstert. Und da ist die Zivilgesellschaft viel, viel schwächer als Wirtschaftsinteressen. Und um mal so ein paar Beispiele zu nennen, damit das plastisch wird, haben wir eine kleine Liste aufgeschrieben. Genau, also ein Beispiel ist die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung. Hat einfach viele Jahre und drei Anläufe gebraucht. Ganz genau. Und warum? Weil es bestimmte Wirtschaftsinteressen gab. In diesem Fall war es die Musikindustrie, die nämlich Angst hatte, wenn man die WLAN-Störerhaftung abschafft, dann setzen sich die Leute ins Eiskaffee und laden massenweise Musik runter. Und wegen dieses, wie soll ich sagen, doch eher esoterischen Missbrauchsszenario, Partikularinteresse. Ja, ich meine das Interesse, dass keine Musik illegal geschert wird, finde ich ja sogar noch legitim. Nur diesem Partikularinteresse alles unterzuordern und zu sagen, insgesamt muss man fürs WLAN haften, dass man für seine Kunden in der Kneipe aufmacht, nur damit nicht irgendein Kunde das missbrauchen kann, einmal im Jahr, um irgendwelche Musik in der Kneipe herunterzuladen, illegal. Ja, dafür soll das jetzt... Das ist völlig unverhältniswert. Das ist völlig unverhältniswert. Da sieht man, Partikularinteresse setzt sich durch. Leistungsschutzrecht, haben wir schon viel drüber gesprochen, in Deutschland auch so ein Lobbyprojekt, bringt ganz wenigen großen Verlagen was, bringt den Journalisten und der allgemeinen Bevölkerung gar nichts. Oder, was ich persönlich auch so besonders ungerecht einfach finde, oder einfach, wie soll ich sagen, so ethisch höchst problematisch, männliche Ferkel können immer noch ohne Betäubung kastriert werden, muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich gibt es im Tierschutzgesetz das Verbot, Wirbeltiere ohne Betäubung mit einem Messer zu bearbeiten, ja, aus gutem Grunde. Aber bei männlichen Ferkeln gibt es eine Ausnahme, ich glaube, in den ersten sieben Lebenstagen oder so, können die ohne Betäubung, mit anderen Worten, unter größten Schmerzen kastriert werden. Warum ist das so? Kann man sich vorstellen, weil bestimmte Tierzuchtbetriebe ein großes Interesse daran haben, die Betäubung zu sparen, wenn sie ihre Ferkel, ihre neugeborenen Schweinchen kastrieren wollen. Also ich finde das total schockierend, da stand eigentlich schon im Tierschutzgesetz, dass das verboten werden soll. Jetzt ist aber irgendwie eine Ausnahmeregelung, die 2018 eigentlich ausgelaufen wäre, wieder verlängert worden, hat die GroKo mit und die AfD, fand das eine super Idee, dass die Ferkel weiter ohne Betäubung kastriert werden. Und da kann man auch nur sagen, also das ist jetzt vielleicht nicht ein Interesse der allgemeinen Bevölkerung, aber ich finde, es ist eigentlich ethisch eine ziemlich klare Frage, dass man die Mitgeschöpfe nicht auf diese Art und Weise bearbeitet. Ja, und also wir haben jetzt gesprochen über diese Waffenungleichheit des Einflüsterns, ja, aber, und das hat der Schick ja auch mit angedeutet, das ist nicht der einzige Weg, auf dem, sagen wir mal, Partikularinteressen ihren Weg in die Gesetze finden. Es gibt noch krassere. Es gibt noch krassere und die würden wir überschreiben mit dem Kapitel Interessenskonflikte. Also der, da hat jetzt gerade diese Woche, glaube ich, SWR, die Story in einen Film gedreht, auf Basis von Daten der Uni Bremen und die auch nochmal einen krassen Fall deutlich gemacht haben, wie das so im Alltag abläuft. Also, da geht es, also deren Ergebnis ist so ein bisschen, was sie so zusammenfassen auf ihrer Webseite, seit Jahren blockieren führende Agrarpolitiker, jeglichen Fortschritt bei der naturverträglichen Landschwirtschaft und die Auswertung dieser Daten der Uni Bremen, schreibt der SWR, da hat zum Ergebnis, dass Agrarpolitiker an entscheidender Stelle, zum Beispiel im Agrarausschuss des Bundestages, bis in kleine Details hinein zu Gründen der Industrie abgestimmt haben. Und bei genauerer Betrachtung, schreibt der SWR, gibt es da engste Verflechtung, nämlich zwischen den Großbetrieben der Agrarwirtschaft und Verbänden der Ernährungsindustrie und eben entscheidenden Abgeordneten. Und Beispiel, was sie nennen, ist die Düngeverordnung. Das ist halt so eine Verordnung, die regelt, wie wir dürfen die Bauern eigentlich düngen. Und wir klagen und die Umweltverbände und auch nicht nur Umweltverbände, sondern Kommunen klagen seit Jahren über steigende Nitratbelastung im Grundwasser. Also das ist das, was im Grundwasser landet, wenn man halt zu viel düngt. Und das ist halt gesundheitsgefährdlich, bis hin zu krebserregend. Also muss das irgendwie weg eigentlich. Deswegen Düngeverordnung und deswegen haben viele gefordert, muss halt die Menge an Dünger weiter runtergeschraubt werden, damit das irgendwie Problem gelöst wird. Und da ging es halt in diesem zum Beispiel Agrarausschuss darum, wie viel Stickstoff brauchen eigentlich Ackerpflanzen? Also auf Deutsch gesagt, mit wie viel Stickstoff Dünger muss man sich eigentlich versorgen? So und da sagen Wissenschaftler in der Anhörung, Summe X, die stand ja jetzt nicht drin, aber naja, wir brauchen halt X Stickstoff. Und der Ausschuss bestimmt aber, dass X plus 30 Prozent okay sind. Also mehr Dünger ist erlaubt. So über das, was die Wissenschaftler sagen. Und treibender Mann irgendwie hinter diesen X plus 30 Prozent war, nach SWR-Angaben, der CDU-Obmann im Agrarausschuss, Franz Josef Holzenkamp. Und er stellt sich raus, dass Herr Holzenkamp an diesen Zahlen rum, für diese Zahlen sich eingesetzt hat, nicht aus, weil er glaubt, das ist richtig, sondern... Wissen wir nicht, was er glaubt. Wissen wir nicht, wir können seinen Kopf nicht rein. Da muss er auffassen. Keine Tatsachen, Behauptungen, dann kann er uns abmahnen. Okay, wir behaupten es nicht, wir können in seinen Kopf nicht reinkommen. Tatsache ist aber, dass er im Nebenjob Aufsichtsrat der Agrarwiss AG ist, einem der größten Händler von Agrargütern in Deutschland. Ach, und Agrargüter sind auch Dünger. Agrargüter sind auch Dünger. Und während er 2016-17 diese Düngeverordnung mitverhandelt hat, wurde sein Einkommen von der Agrarwiss angehoben. Er verdiente vorher 7.000 Euro pro Monat und nach der Beförderung bis zu 15.000 Euro monatlich, nach Angaben auf Bundestag.de. Also da muss man ja immer in so Clustern angeben, was man neben seinem Mandat noch so dazu verdient. Also der Cluster, das bedeutet auf Deutsch, man muss leider Gottes nicht in Mark und Pfennig oder in Euro und Cent angeben, sondern es gibt so Gruppen. Also wie sind, wo sind nochmal die Grenzen? Weißt du das auswendig, Philipp? Nee, die habe ich nicht. Auf jeden Fall gibt es so bis zu so und so viel Euro und dann die nächste Stufe ist von X bis Y und dann von Y bis Z und so. Und jedenfalls ist er zeitgleich zu der Zeit, wo diese Düngeverordnung verhandelt wurde, quasi in die nächsthöhere Stufe gehüpft. Genau, also deswegen, ich glaube, ich habe gesagt, er hat 7.000 Euro monatlich verdient, das stimmt nicht, sondern er hat bis zu 7.000 Euro. Das sind sozusagen die Stufen und danach oder während dieser Verhandlung wurde er befördert und hat bis zu 15.000. Also es können auch vorher 6.500, hinterher 7.500 gewesen sein, wissen wir nicht, weil diese Angaben auf Bundestag.de eben nicht so ganz präzise sind. Leider, 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 leider. Und das eben bei einem Unternehmen, das direkt von seinem politischen Handeln profitiert. Der SWR hat Holzenkamp befragt und zu diesen Zahlen und er sagt, Zitat, er kann die nicht nachvollziehen, was immer das auch heißt. Und das finde ich, und davon haben wir ja schon viele, viele, viele Beispiele gesehen. Also und das finde ich, sagen wir mal, da wird einem auch ein bisschen klar, warum eine Infratest-DiMap-Umfrage, also von so Meinungsforschungsinstitut im Auftrag von Abgeordnetenwatch.de jetzt ergeben hat, dass 82 Prozent der Befragten finden, dass der Einfluss von Interessenvertretern aus Unternehmen und Verbänden auf politische Entscheidungen zu hoch, beziehungsweise viel zu hoch ist. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Also das eine ist ja der Einfluss, Waffengleichheit, das andere ist Interessenkonflikte. So das sind so die beiden, finde ich, großen Themen, die bei der Entwicklung schlechter Gesetze eine maßgebliche Rolle spielen. Ja und ich denke, ich denke, da gibt es quasi verschiedene Intensitätsgrade, mit denen man das regulieren kann. Also man kann natürlich zum einen sagen, wir verbieten überhaupt sowas wie Nebentätigkeiten in Aufsichtsräten, jedenfalls dann, wenn man politisch für solche Themen zuständig ist. Das wäre eine harte Regulierung, das ist derzeit nicht der Fall. Ich denke aber zumindest mal kann man versuchen, dafür zu sorgen, dass es möglichst viel Transparenz gibt auf diesem Gebiet. Und ich meine, immerhin müssen die Abgeordneten ja heute schon angeben, dass sie eben bestimmte Nebentätigkeiten haben. Das heißt, man kann es, wenn auch nicht genau, aber doch wenigstens grob nachverfolgen, wo sie denn möglicherweise noch Geld verdienen. Und dann ist natürlich klar, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, wie heißt es so schön, wenn ich also von irgendwem bezahlt werde, dann werde ich natürlich auch mir alle Mühe geben, dass dessen Interessen im Bundestag nicht unter die Räder kommen. Ich finde, man könnte noch einen Schritt weitergehen. Man könnte sagen, wenn man es jetzt nicht komplett verbieten will, man könnte sagen, die Abgeordneten müssen und ich glaube, in manchen Kommunalparlamenten ist das so, selber angeben, wenn sie Interessen, wenn sie in Interessenkonflikt reinlaufen. Also wenn sie mit einem, mit einer Materie zu tun haben, die direkt wie mit ihrer wirtschaftlichen Nebentätigkeit zu tun hat. Also wie bei diesem Mann zum Beispiel. Das wäre natürlich noch immer nicht, das wäre noch immer noch keine wasserdichte Verhinderung von sowas. Aber wenn in irgendwelcher Geschäftsordnung oder irgendwo drin steht, die Bundestags, die Mitglieder des Bundestages müssen Interessenkonflikte vor einer Abstimmung oder so angeben oder müssen sich vielleicht bei Interessenkonflikten raushalten. Ja, also ich finde das einen interessanten Ansatz. Man muss natürlich immer so ein bisschen überlegen, wie macht man das pragmatisch? Wie funktioniert das dann auch in diesem Bundestag? Ich meine, wir haben da jetzt inzwischen ja rund 700 Abgeordnete. Wir haben schon darauf hingewiesen, das werden im Zweifel noch mehr werden, wenn jetzt keine Wahlreform das ändert. Wenn jetzt jeder zu jedem Gesetz das angeben müsste, das wäre natürlich eine Menge Papierkrieg. Aber ich denke mal als ersten Schritt könnte man anfangen mit den Abgeordneten, die in dem entsprechenden Ausschuss sitzen. Denn mal ganz ehrlich, normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade eine Gewissensabstimmung ist, ist es ja so, dass im Plenum nicht mehr wirklich die Meinungsbildung stattfindet, sondern normalerweise ist es so, dass die Fraktionen sich eine Meinung bilden, dann in den Ausschüssen entsprechend abstimmen. Und wenn das in den Ausschüssen in einer bestimmten Weise abgestimmt worden ist, vollzieht das Plenum das normalerweise nur noch nach. Und deswegen denke ich mal, wäre ein wichtiger erster Schritt, dass man die jeweils in einem Ausschuss an einer Beratung teilnehmenden, also die Hauptmitglieder des Ausschusses und die stellvertretende Mitglieder des Ausschusses, dass man die auffordert, bei jeder Gesetzesvorlage anzugeben, ob sie oder ob Interessen von Unternehmen oder anderen Verbänden, an denen sie beteiligt sind, von diesem Gesetz betroffen sind. Einfach nur in so einer Art Transparenzregister, wie schätzt man das selber ein? Da wäre natürlich der Agrarausschuss arbeitsunfähig. Wieso arbeitsunfähig? Man wüsste dann halt einfach im Detail, welche Interessen jeweils betroffen sind. Und ich persönlich glaube, dass das vor allem dazu führen würde, dass man den Mitgliedern der Ausschüsse direkt vor Augen führt, hey, ich entscheide hier gerade in einer Frage, in der ich eigentlich befangen bin. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das vielleicht so ein kleines bisschen auch zu einer Selbstkorrektur führt. Und das wäre meine Hoffnung dabei, psychologisch. Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Selbstbeschiss, so dieses sich in die Tasche lügen, so ach ja, was schon und so, ich bin ja hier und so. Die 7000 von der Sohns-Urg. Das beeinflusst mich jetzt nicht. Sondern, dass wenn man das angeben muss, ja, und das formulieren muss, ja, wie gesagt, ich finde, das haben wir auch an anderer Stelle schon argumentiert, man muss nicht immer gleich mit dem Vorschlaghammer kommen, weil die Nebenwirkungen doch manchmal erheblich sind. Sondern immer so periodisch, sagt man, für zwei Jahre probieren wir das jetzt mal aus. Wenn das nicht wirkt, dann kommt der nächste Schritt. Stichwort Nebenwirkung, das muss man nämlich auch mal sehen. Also Nebentätigkeiten von Abgeordneten, da gibt es ja, wie soll ich sagen, radikale Thesen, die sagen, das sollte komplett verboten werden. Ich glaube das persönlich nicht. Ich glaube, das ist eine sehr gute, grundsatz sehr gut, dass Abgeordnete auch noch berufen neben der politischen Tätigkeit nachgehen. Und zwar einfach, weil es zu einer gewissen Unabhängigkeit jedenfalls führen kann. Und zwar natürlich nicht von diesen Berufen, sondern von den politischen Parteien. Stell dir vor, du bist Berufspolitiker und hast seit deinem 15. Lebensjahr nichts gemacht, als Plakate kleben und dann später eben im Bundestag sitzen. Dann bist du ja existenziell davon abhängig, dass du wieder auf die Liste kommst, weil du sonst, abgesehen mal vom Übergangsgeld und so, mehr oder weniger beruflich ins Nichts fällst. Und ich glaube, jemand, der eine berufliche Karriere hat, neben der Politikerkarriere, die jedenfalls halbwegs ernst zu nehmen ist, wo man also halbwegs davon ausgehen kann, dass man damit noch seine Brötchen verdienen kann, der könnte jedenfalls ein kleines bisschen cooler sein gegenüber den politischen Einflüsterungen seiner Partei oder auch den Zumutungen seiner Partei. Deswegen, abgesehen mal davon, dass natürlich auch eine berufliche Tätigkeit Perspektiven eröffnet, Erfahrungswissenschaft, dass man dann wiederum in die politische Arbeit einbringen kann. Also ich denke auch jetzt generell zu sagen, Nebentätigkeiten für Politiker sind generell böse. Das wäre mir viel zu weitgehend, aber man müsste einfach, genau wie du sagst, Philipp, noch mehr Transparenz schaffen und vor allem konfrontieren, nicht einfach generell nur damit, du hast hier eine Nebentätigkeit, sondern konkret konfrontieren die Abgeordneten mit den Konflikten, die herrühren aus ihrer Nebentätigkeit in einem ganz bestimmten Kontext. Stichwort hier eben Düngemittelverordnung. Ja, wie ist das mit der Düngemittelverordnung? Wie verhält sich das mit der Tätigkeit bei der, wie heißt es, Agrarwiss AG? Und wenn man das nämlich selber angeben müsste, naja, ich entscheide hiermit über die Düngemittelverordnung und das berührt unmittelbar die Geschäftsinteressen der Firma, wo ich im Aufsichtsrat sitze. Das wäre dann schon mal, denke ich, eine sehr deutliche Mahnung, jetzt doch vielleicht nicht nur die Interessen der Agrarwiss AG in den Blick zu nehmen. Ja, und plus, dass man vielleicht auch, sagen wir mal, gegenüber seinen Nebentätigkeitsarbeitgebern besser argumentieren kann. So nach dem Motto, ich bin gezwungen, Interessenkonflikte aufzulegen, offen zu legen, tut mir leid, das ist offensichtlich so, das steht da, ich muss das machen, deswegen konnte ich da nicht mit abstimmen. So ist es. Oder um dieses Beispiel mit den Ferkeln noch mal sich vor Augen zu führen. Ich möchte überhaupt nicht wissen, was die Leute noch alles so für Nebentätigkeiten haben, die diesem Ferkel beschnipseln ohne Betäubung zugestimmt haben. Also ich meine, ich will das jetzt auch nicht so hochheben. Das ist natürlich eine Detailregelung, aber ich finde, die ist einfach ethisch. Es ist so völlig klar, ja, dass man natürlich die Tiere betäuben muss, bevor man daran rumschneidet. Also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht verstehen. Es werden natürlich jetzt alle möglichen Argumente angeführt, wieso das weiter, angeblich hatte die, hatte die Fleischindustrie nicht genügend Zeit, irgendwie diese Betäubung zu organisieren. Ja, dann gibt es halt eine Übergangsphase. Ja, die gab es ja schon. Das ist ja der Witz. Bis Ende 18 gab es die Übergangsphase und jetzt hat die Industrie das einfach verpennt und haben es einfach ausgesessen und jetzt gibt es einfach noch mal eine Übergangsphase. Naja. Gut. Wir müssen zu sprechen kommen auf den Terror in Sri Lanka. Ja, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, Ostersonntag, sieben Selbstmordattentäter fast gleichzeitig sprengen sich in die Luft in drei Kirchen in mehreren Städten und drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo. Einige Stunden später explodieren noch mal zwei Bomben in einem kleinen Hotel und einem Wohnungsbau in den Vororten Kolombos und insgesamt, es ging dann hin und her und hoch und runter. Aber ich glaube, heute kann man sagen, insgesamt gab es so mehr als 250 Tote. Die Behörden, das ist auch relativ schnell klar geworden, haben Warnungen bekommen vom indischen Geheimdienst, aber ja, ist nicht so ganz klar. Ignoriert, falsch bewertet, nicht ernst genommen und als Täter in Sri Lanka wurde also eine einheimische Islamistengruppe verantwortlich und ausfindig gemacht, aber das ist mittlerweile auch wohl klar, sie hat Hilfe aus dem Ausland gekommen. Ja, und dafür spricht ja auch einiges, ne? Denn inzwischen hat sich ja ISIS oder IS, wie man es formulieren will, zu diesem Anschlag bekannt. Und zwar wird, anders als es erst in den Medien hießt, Christchurch, also die islamfeindlichen Anschläge in Australien werden, oder Neuseeland wie mehr, Neuseeland werden nicht als Motiv genannt. Zunächst mal hieß es ja, das könnte Rache für Christchurch gewesen sein. Aber ganz ehrlich, das ist ja letztlich nicht die entscheidende Frage, oder Philipp? Ne, weil ich glaube, diese Rechtfertigung braucht der IS nicht. Und das brauchen Terroristen auch nicht, weil die Legitimation von Terror ist eben Schrecken überall und jederzeit zu verbreiten. Und die Ideologie des IS ist ja davon auch völlig losgelöst und immer schon existent. Und das brauchte jetzt sozusagen da keiner neuen Motivation. Allerdings, und das fand ich in diesem Zusammenhang ganz interessant, ist die Frage, welche Rolle IS gespielt hat und wie sich der IS verändert hat, ganz interessant geworden. Also New York Times, The Atlantic und noch so ein paar Wissenschaftler haben da doch einiges zusammengetragen. Das ist halt deshalb so übersprachend, weil Trump den IS ja schon für tot erklärt hat. Und vor vier Wochen, das ist auch relativ unstrittig, hat der IS auch im Irak und Syrien zumindest sein letztes Territorium verloren. Aber das geht aus so einem Report des Institute for Study of War in Washington hervor. Die schreiben, der IS gewinnt am Momentum. Und man fragt sich, wieso das? Die haben doch Territorium verloren. Ja, aber sie sind verstärkt in den Städten. Da geht es wohl bergauf. Und das schreibt Charlie Winter vom International Center for Study of Radicalization am King's College in London. Er schreibt, IS ist dabei, sich zu wandeln zu so einer globalen Plattform. Und das fand ich interessant. Also sie haben ihre Startstrategie aufgegeben. Also wir wollen einen geschlossenen Staat, ein Territorium bilden. Das Kalifat. Das Kalifat. Genau. Und das glaube ich, das Kalifat würden sie immer noch nutzen. Aber sie würden glaube ich, so wie ich ihn da verstanden habe, nicht das als ein geschlossenes Territorium definieren. Und er sagt, Sri Lanka war kein One-Off. Also das war hier kein einmaliges Ereignis. Sondern wenn es das war, dann war es ein Test-Run. Und er sagt, dass sich also der IS zu einer Plattform umbaut. Und das ist halt keine Mitgliedsorganisation, sondern eine globale Marker, so eine Art Terror-Franchise. Also wo die Kommandostruktur im Irak und Syrien arg gebeutelt ist, aber sich schon sehr dezentralisiert hat, die Struktur. Und er sagt, das war, oder New York Times schreibt, das war bei Al-Qaeda zwar auch so, als sie aus Afghanistan vertrieben wurden. Aber die IS hat jetzt schon sozusagen die ganze Zeit vorgebaut. Die haben Kämpfer immer dazu aufgefordert, schließt euch lokalen Gruppen in wo immer ihr seid an. Die haben immer schon, sagen wir mal, radikale Gruppen in verschiedenen Gegenden entweder übernommen, assoziiert, teilweise übernommen. Also in Afghanistan, in den Philippinen oder auch jetzt in der Demokratischen Republik Kongo. War auch ein großer Bericht der New York Times. Also da haben die schon seit Jahren länger so eine Dezentralisierungsstrategie gefahren, die sie eben auch unterscheidet von Al-Qaeda. Plus, und das ist auch, sagen wir mal zumindest in der Qualität anders, dass sie halt dieses Medium Imperium, Ministerium haben. Also die wirklich regelmäßig Video und vor allen Dingen auch Audionachrichten raushauen, die weltweit offensichtlich operieren. Wenn man so nach Veröffentlichungszeitpunkten und sowas geht, dann muss das ein globales Netz sein. Und damit ist sozusagen allen, die es wissen wollen, klar, was Message ist, was ist hier die Aufgabe, was ist die Ideologie. Die übersetzen das auch in diverse Sprachen, unter anderem eben auch in Tamil, eine der Amtssprachen auf Sri Lanka, sodass das also vor Ort dann auch verständlich war. Plus, und das geht aus so einem UN-Report, verlinken wir alles hervor, aus dem Februar, der IS scheint Geld zu haben. Also der UN-Report spricht von 50 Millionen bis zu 300 Millionen Bargeld, Dollar, die sie entweder im Irak, Syrien versteckt haben oder weg, rausgeschmuggelt haben. Und sie machen immer noch angeblich Geld mit Entführungen. Und sie haben mittlerweile wohl auch in legale Geschäfte investiert. Autohandel, Immobilien, was halt so geht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass nicht nur Immobilien der Mafia gehören, was ja schon seit Jahren im Grunde ein offenes Geheimnis ist, sondern dass Immobilien über irgendwelche dubiosen Fonds zum Beispiel auch die US gehört haben. Genau. Also das fand ich ganz interessant bei der Lektüre dieser diversen Artikel, die wir, wie gesagt, wie gehabt auch immer verlinken, ist, dass der IS alles andere als tot zu sein scheint, sondern dass er lange vorgebaut hat für so eine dezentralisierte Internationalisierung, dass sie von ihrer Marke leben. Ja, man muss nicht Mitglied werden, sondern du kannst dich quasi dem IS per Akklamation mehr oder weniger anschließen. Und das scheint, und wie sehr der IS jetzt da in Sri Lanka an diesem Terroranschlag mitgewirkt hat, das ist umstritten. Ob die da jetzt nur Inspiration waren für diese lokale Terrorgruppe in Sri Lanka oder ob sie auch organisatorisch massiv unterstützt haben, das ist unstrittig. Ist strittig. Ist unklar. Ist unklar, genau. Ist unklar. Aber es scheint so irgendwie in dieser Grauzone stattzufinden. Ein Indiz dafür ist zum Beispiel, dass offensichtlich die Terroristen in Sri Lanka sehr genau wussten, an wen sie ihre Videos von den Terroranschlägen schicken mussten beim IS. So, dass das dann über den offiziellen Kanal beim IS auch veröffentlicht wird, zeitnah. Also da muss es auch so eine Art organisatorische, ja, Kollaboration gegeben haben über die reine Inspiration, Terrorinspiration hinweg. Also Fazit aus dem, was ich da so mitnehme, ist, dass es wirklich, ja, Forscher gibt, die sagen, das war, wie gesagt, eher Anfang als Ende. Letztlich muss man einfach dazu sagen, es ist mehr eine Ideologie als eine Organisation, was wirklich das Gefährliche ist. Deswegen gibt es ja auch immer wieder dieses Phänomen der sogenannten einsamen Wölfer, irgendwelche Leute, die sich zum Beispiel anhand von irgendwelchen PDFs oder Videos aus dem Internet mehr oder weniger alleine radikalisieren. Es gibt natürlich Organisationsstrukturen, aber das ist nicht mal unbedingt zwingend erforderlich. Ja, das wäre interessant mal zu sehen, ob sich die, ob sich so welche, diese Rechtsterroristen, ja, wie Anders Breivik oder der Mann aus Neuseeland, ob die sich in ähnlichen Strukturen bewegen wie ISIS oder IS auf der islamistischen Seite. Also es gibt ja auf der islamistischen Seite auch diese, diese Einzelkämpfer, ne? Die gibt es auch, ne? Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes als das, was IS jetzt da auf die Beine gestellt hat. Also wir belassen das mal dabei, aber nach allem, was wir so gelesen haben, scheint es nicht so zu sein, dass der IS tot ist, sondern einfach seine Struktur verändert, extrem wandlungsfähig, als sich extrem wandlungsfähig erweist und wir leider wahrscheinlich noch öfter von ihm hören werden. Ja, zum Schluss hattest du ja noch gesagt, Philipp, der IS hat relativ viel Geld. Ja. Das ist ja eine gewagte Überleitung, Herr Burma. Nein, nein, das wäre eine absurde Überleitung, aber wir bleiben jedenfalls beim Thema Geld, kommen aber ins Inland zurück und möchten uns nämlich mal Gedanken darüber machen, wie denn eigentlich die öffentlichen Haushalte in Deutschland finanziert werden, insbesondere nämlich, ob sie hier und da auch mal Schulden aufnehmen dürfen. Ein Anlass für diese Diskussion ist, dass in dieser Woche bekannt wurde, dass Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz extrem strikte Regeln für die Aufnahme von Krediten ins Gesetz schreiben möchte. Die Taz berichtet das nämlich, insbesondere weist sie darauf hin, dass Matthias Kollatz dabei sogar über die Vorgaben des Grundgesetzes noch deutlich hinausgehen will. Hintergrund dieser ganzen Debatte ist die sogenannte Schuldenbremse, habt ihr wahrscheinlich auch öfter schon mal gehört, denn seit 2009 steht im Grundgesetz Artikel 109 Absatz 2, die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen, grundsätzlich. Was da jetzt noch kommt, bedeutet eben die Festschreibung der Schwarz-Null für den Bund, aber auch für alle Bundesländer, davon gibt es aber auch Ausnahmen und die zwei wesentlichen sind, dass diese Schuldenbremse durchaus erlaubt, eine sogenannte antizyklische Finanzpolitik. Das bedeutet so viel wie, wenn es gerade richtig schlecht läuft mit der Wirtschaft, dann darf man durchaus, dann sinken ja normalerweise die Steuereinnahmen, dann darf man durchaus mal Schulden machen, auch nach dieser Schuldenbremse, aber man muss dann auch zugleich festlegen, dass man diese Schulden wieder zurückzahlt, wenn es besser funktioniert. Das heißt mit anderen Worten, Schulden machen im Abschwung und wenn dann der Aufschwung kommt, wenn die Steuereinnahmen wieder sprudeln, dann müssen diese Schulden auch dringend wieder zurückgezahlt werden. Also die Schuldenbremse beruht da auch zugleich auf so einer Trennung in strukturelle und konjunkturelle Schulden. Also strukturelle Schulden, dass man also quasi einfach zu wenig Geld einnimmt für alle Ausgaben, das verbietet die Schuldenbremse, aber man kann in konjunkturellen Engpässen durchaus mal kurzfristig für einige Jahre Schulden machen, das erlaubt sie schon. Und zweite Ausnahme von der Schuldenbremse, natürlich Naturkatastrophen. Ja, also wenn jetzt irgendwie, da kann ja keiner mit planen, dafür kann keiner, genau, da muss man eben mal in die Kasse greifen, dann darüber kann man ja nicht diskutieren. Genau, und die Schuldenbremse, die gilt für den Bund seit dem Haushaltsjahr 2011 und muss nun nach dem 01.01.2020, also mit Beginn des nächsten Jahres, auch von den Ländern beachtet werden und deswegen also jetzt dieses Umsetzungsgesetz unter anderem in Berlin geplant und andere Länder haben das schon umgesetzt, aber deswegen jetzt diese Debatte. Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so haben schon Umsetzung und in Berlin ist das jetzt hochgepoppt und an diesem Beispiel wollen wir einfach mal darstellen, welche Optionen es da so gibt und was die politisch für Folgen haben. Und was ist denn so strittig an diesem Berliner Vorschlag? Ja, der ist halt besonders streng. Im Grundgesetz, das haben wir ja gerade ausdrucksweise vorgelesen, sind einfach nur die Haushalte von Bund und Ländern selbst angesprochen. Der Berliner Finanzsenator will aber jetzt in die Schuldenbremse auch die sogenannten Extrahaushalte einbeziehen. Was sind denn Extrahaushalte? Ja, da führt das Statistische Bundesamt eine Liste, die die Taz auch verlinkt hat. Das ist auch so eine geile Liste, von der du davor sitzt und denkst so, was ist bitte das? Ja, total geil. Das ist so eine PDF-Datei, die verlinken wir natürlich auch. Die hat irgendwie 181 Seiten, ist irgendwie in kaum lesbarer Mikroschrift bedruckt und enthält eben alle Extrahaushalte von allen möglichen Betrieben und Einrichtungen, die Bund und Ländern und Gemeinden gehören. Also Extrahaushalte, die Parlamente stimmen ja über einen Haushalt ab und sagen, okay, die Milliarden geben wir für Wohnungsbau aus, die Milliarden gehen in die Gesundheit, die Milliarden hier. So, das ist der Haushalt. Aber daneben gibt es sozusagen noch staatliche Extrahaushalte, die dann nicht auftauchen. Genau. Und allein für Berlin sind es jetzt über 80 landeseigene Betriebe, die eben eigene Haushalte haben. Ja, das geht dann von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, der Fachhochschule für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung, über die Berliner Bäderbetriebe und viele, viele andere bis hin zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Und das sind landeseigene Betriebe. Also das heißt, das sind Betriebe, die gehören dem Land und die können selber auch Schulden machen. Genau. Und der Vorteil ist natürlich, dass die am Finanzmarkt als außerordentlich kreditwürdig gelten, weil ja dahinter mittelbar das Land steht. Also das ist natürlich je nach Betrieb unterschiedlich geregelt, wie sehr das Land dafür haften muss. Aber im Prinzip sind das eben landeseigene Betriebe und als Kreditgeber geht man halt davon aus, dass das Land die schon nicht vor die Wand fahren lässt. Und geht es nun nach dem Berliner Finanzsenator, so dürften die alle keine Schulden mehr machen, weil eben die Schuldenbremse auch für sie gelten soll. Und unter anderem natürlich dramatisch, wenn man sich überlegt, dass dann auch Verkehrsbetriebe keine Schulden mehr machen dürften, um zum Beispiel neue U-Bahnen zu kaufen, die sie dann eben in den nächsten Jahren abstottern. Und das hat natürlich auch eine Menge Kritik auf sich gezogen. Ja, zum Beispiel sagt Achim Truger, Professor für Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen, die Berliner Vision der Schuldenbremse erscheint mir sehr restriktiv, sagt er. Damit verbaut man sich als Land eine wichtige Investitionsmöglichkeit. Nicht umsonst, sagt er, steht in den meisten wirtschaftlichen Lehrbüchern, dass öffentliche Investitionen über Kredite finanziert werden sollen. Dringend notwendig, sagt er, für öffentliche Investitionen in Höhe von 6 Milliarden Euro zum Beispiel für die BVG-Fahrzeugbeschaffung, also Berliner Verkehrsbetriebe und auch die S-Bahn. Könnte mit dem Vorschlag des Senators nicht zuverlässig klassifiziert und bezahlt werden. Nicht als zulässig. Nicht als zulässig. Ja, genau. Das heißt mit anderen Worten, wenn... Könnte nicht zulässig sein. Geht da nicht. 6 Milliarden ausgeben für neue U-Bahnen und S-Bahnen. Schwierig. Schwierig. So, und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie ist denn das mit der Schuldenbremse? Also prinzipiell mal ist, finde ich, den Ansatz ja gar nicht verkehrt. Also Staatsschulden können ein Problem werden, wenn sie zu hoch werden. Das kann man sich an zwei Fingern abzählen. Irgendwann, wenn man dauernd Schulden macht, insbesondere wenn man quasi die laufenden Ausgaben mit Schulden bezahlt, dann muss man irgendwann so viel für Zinsen und Tilgung bezahlen, dass man überhaupt keine Haushaltsspielräume mehr hat. Genau, und das war ja auch der Auslöser für diese Schuldenbremse, dass irgendwann im Rahmen der Finanzkrise die Schuldenquote irgendwann mal von 60, was noch so als okay gilt, auf über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hochgeschnellt ist. Also dass man halt im Vergleich zu dem, was wir so erwirtschaften, extrem viel Schulden gemacht haben. Und das sollte, sagen wir mal, zurückgedreht werden. Und das ist ja auch gelungen. Das ist ja auch gelungen. Und die Idee dabei war ja unter anderem auch, dass so eine Schuldenbremse davor schützen kann, dass eine Generation auf Kosten späterer Generationen lebt. Nach dem Motto, man haut jetzt einfach mal Geld raus für, keine Ahnung, höhere Renten oder so. Und irgendwann später, die Kinder müssen dann diese Schulden wieder abbezahlen. Auf der anderen Seite kann man das natürlich mit so einer Schuldenbremse auch übertreiben. Und da gibt es also an den Regelungen im Grundgesetz auch wirklich strikte oder harte Kritik, unter anderem auch aus einer ganz überraschenden Ecke, nämlich von Michael Hüther. Genau, der ist nämlich Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Also ein Volkswirt, aber schon ein eher sehr konservativer Volkswirt. Also der schon wirtschaftsnah ist und dem man unterstellen könnte, so intuitiv, dass er durchaus auch so diese unionsgetriebene schwarze Null durchaus unterstützt. Austeritätspolitik. Austeritätspolitik, so. Und er sagt aber, argumentiert im Artikel der Süddeutschen, dass die Schuldenbremse nicht mehr zeitgemäß ist und er fordert eben eine Modernisierungsoffensive. Also er sagt, die Schuldenbremse verhindert eben so eine Flexibilität der Finanzierung, also wenn man investieren will und muss unter Umständen, dass die Schuldenbremse da eben davor steht, wenn man zum Beispiel eine Modernisierung von Verkehr, Internet, Schulen investieren will. Ja genau und was ich ganz interessant fand an dem Interview nach Ansicht von Herrn Hüther, lohnt sich nämlich Schulden machen auch ökonomisch angesichts der derzeit extrem niedrigen Zinsen. Denn er rechnet vor, dass von jedem Euro, den der Staat sich heute leiht, er in zehn Jahren realen oder für jeden Euro nur 90 Cent zurückzahlen muss. Also intuitiv würde man sagen, du leihst ja einen Euro und musst mindestens einen Euro zehn oder zwanzig zurückzahlen, aber hier musst du für einen Euro, den du dir geliehen hast, weniger zurückzahlen. Genau, das dürfte wohl an der Inflation liegen. Also er sagt nicht genau, wie er auf diese Zahl kommt, aber ich erkläre mir das so, dass die Zinsen niedriger sind als die Inflationsrate, sodass er unterm Strich eben weniger zurückzahlen muss, als er bekommen hat. Und außerdem weist er nochmal darauf hin, dass eben die Zinskosten des Bundes seit zehn Jahren unterhalb der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts liegen. Das ist ein zweites ökonomisches Argument. Das bedeutet also, dass man in dieser Konstellation permanent Anleihen überwälzen könnte und trotzdem keine Gefahr läuft, auch nur in die Nähe einer Schuldenkrise zu kommen. Also das bedeutet Zinskosten des Bundes zehn Jahre unterhalb der Wachstumsrate. Also Wachstumsrate ist, was weiß ich, sagen wir mal zwei Prozent und die Zinskosten sind halt da drunter. Eins Komma irgendwas. Genau. Und das heißt, wenn du mehr Schulden machst, dann hast du mehr Schulden, aber da das Bruttoinlandsprodukt, deine Wirtschaft wächst, machst du zwar mehr Schulden, aber das Bruttoinlandsprodukt wächst mehr. Das heißt, der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt, der steigt nicht, sondern der geht im Zweifel sogar noch zurück. Genau. Und vor allem auch die Zinskosten eben auch. Das heißt also, es wird mit Zins und Zinseszins eben nicht mehr, sondern eher weniger. Das ist schon wirklich sehr, also jedenfalls bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. Und er bringt das dann, wie finde ich, auf ein sehr plastisches Bild, in dem er nämlich sagt, es ist so, als ob der Staat Geldscheine auf den Bürgersteig liegen lässt, statt sie aufzuheben. Durch diese Politik, sagt er, wird zukünftigen Generationen die Chance verbaut, der Investitionsbedarfe noch Herr werden zu können. Also er sagt auf Deutsch, Leute, ihr müsst jetzt investieren, denn jetzt sind die Zinsen niedrig. Jetzt euch ein bisschen zu verschulden, zu investieren und dann das Geld möglichst schnell zurückzuzahlen, ist deutlich geschickter, als jetzt nicht zu investieren und die Dinge weiter, die Straßen, Brücken, Schienen und Gebäude weiter verrotten zu lassen, sodass dann irgendwann der Investitionsbedarf nicht mehr zu stehen ist. Genau, und das ist, finde ich, auch dieses Generationengerechtigkeitsargument. Also der eine Argument für weniger Schulden ist ja immer, wir können unseren Kindern nicht mehr Schulden auflasten. Wir haben ja schon gesagt. Und hier ist aber eigentlich das Argument ein anderes. Es geht hier nicht um Schulden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder, die nachfolgenden Generationen, eine vernünftige Infrastruktur haben. Und das wäre dann, das ist ja auch das Argument, was wir hier immer gemacht haben, als der Haushalt Riesenüberschüsse erwirtschaftet hat. Aber letztlich ist es hier genau das Gleiche. Es muss jetzt Geld ausgegeben werden. In Verkehr, Bahn vor allen Dingen, digital und Bildung. Ja, einfach weil das Geld so billig ist und darauf weist ja Herr Hüther hin. Und man muss dazu natürlich immer sagen, man darf mit diesem geliehenen Geld nicht den staatlichen Konsum finanzieren. Also keine Altersgelder für Rentner oder Pensionäre zum Beispiel. Das sind sogenannte konsumtive Ausgaben. Die kriegst du nie wieder. Die sind aber weg. Die sind weg. Und wenn die Zinsen steigen, hast du trotzdem die Verpflichtung. Aber du musst dir halt diese Zahlung weiter leisten. Genau. Während das bei Infrastruktur anders ist, das Geld ist eben nicht einfach weg, sondern mit diesem Geld schaffst du einen Gegenwert, von dem in Zukunft alle was haben. Ich meine, wenn man sich das überlegt, im Kaiserreich sind ja extrem viele öffentliche Investitionen getätigt worden. Damals ging es den Staatsfinanzen in Deutschland gut. Das hatte teilweise was zu tun mit dem enormen Wirtschaftsboom in der Gründerzeit. Das hatte auch was zu tun mit Reparationen, die Frankreich zahlen musste nach dem für Frankreich verlorenen Krieg 1870-71. Und auf jeden Fall ging es da also dem Staat so gut, dass er landesweit zahllose Gebäude zum Beispiel gebaut hat. Und wir leben ja heute noch, also jedenfalls in Berlin ist das so, von den Schulen und Verwaltungsgebäuden, die in der Kaiserzeit gebaut wurden. Wir haben also heute noch ganz viele Gymnasien und andere Schulen, die einfach irgendwann um 1900 errichtet worden sind. Und die meisten Berliner Gerichte sind auch aus der Zeit. Also ich habe ja lange in Moabit gearbeitet, das Kriminalgericht ist von 1967, aber auch viele andere Berliner Gerichte sind aus der Kaiserzeit und sind da dem ein bisschen erweitert worden und so. Aber im Prinzip, wir haben damals vor inzwischen 120, 130 Jahren Infrastruktur geschaffen, von der wir heute noch zehren. Klar, die sind alle saniert worden. Aber im Kern ist es das Infrastruktur von vor ewigen Zeiten und da muss man, und genau so das Schienennetz in Deutschland ist und ja auch, vieles stammt aus dem 19. Jahrhundert, ist dann erweitert worden und so oder auch die Bahnhofsgebäude und so. Und da sieht man einfach sehr deutlich Geld, dass man in die Infrastruktur investiert. Das zahlt sich jahrzehntelang aus. Auch die ganzen U-Bahnen, die ganzen U-Bahn-Tunnel und so, das haben sie auch irgendwann mal gebuddelt und davon profitieren jetzt. Und ich meine, wir berichten dauernd darüber, in was für einer schlechten Verfassung die Schulen, speziell in Berlin, aber auch bundesweit sind, wie viel Ungerechtigkeit da herrscht. Da könnte man wahnsinnig viel und müsste man wahnsinnig viel investieren. Digital, Internet, da haben wir auch wahnsinnig viel drüber geredet. Bahn, ganzen Verkehr, Simsalabim, Städte verstopfen an Autoverkehr. Der öffentliche Nahverkehr müsste ausgebaut werden. Das kostet alles Geld. Und das muss man in die Hand nehmen. Das muss man einfach in die Hand nehmen. Und hier noch das Argument, nicht nur, dass man es politisch muss, sondern es lohnt sich auch noch finanziell, das zu tun. Das fand ich interessant. Und es ist blöd, das nicht zu machen. Ja genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben jetzt nur mal diese Schuldengrenze im Grundgesetz. Die muss natürlich irgendwie eingehalten werden. Deswegen ist es so gefährlich, wenn man jetzt hingeht, diese Extrahaushalte, die es eben gibt für, ich sag jetzt mal, Tochterunternehmen des Staates, auch noch einzubeziehen in die Schuldenbremse. Weil man dann nämlich jede Flexibilität verliert. Und viele Bundesländer haben sich deswegen auch entschieden, die Extrahaushalte nicht einzubeziehen. Eben zum Beispiel Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg haben das nicht getan. Da dürfen die Extrahaushalte, also die staatlich kontrollierten Unternehmen, noch Geld oder noch Schulden machen. Und das würde sich, denke ich, zum Beispiel auch für den Glasfaserausbau wunderbar auszahlen. Wenn es zum Beispiel eine Tochter des Bundes geben könnte, die deutschlandweit Glasfaser ausbaut. Jedenfalls da, wo es die Provider freiwillig nicht tun. Die Grünen haben das vor einigen Jahren mal ausgerechnet. Die Kosten wären, wenn man das bundesweit machen würde, liegen die bei etwa 80 Milliarden. Inzwischen wären die Kosten vermutlich etwas geringer, weil ja schon viel Glas verbuddelt wurde. Aber trotzdem, meinetwegen sind es auch nur 50. Aber das wäre natürlich eine Menge Geld. Das kann der Staat jetzt nicht aus Steuern finanzieren. Aber ich fände das eine ausgesprochen vernünftige Idee zu sagen, wir machen einen Fünf-Jahres-Plan raus. Wir nehmen dieses Geld eben auf und bauen fünf Jahre lang deutschlandweit Glasfaser aus bis in jedes Haus. Und wenn Provider das selber machen, wunderbar. Ansonsten macht es der Bund oder eine Bundestochter. Und hinterher werden die Leitungen dann gegen Gebühren natürlich an Provider vermietet. Und machst du wahrscheinlich über die Jahre dann auch noch irgendwie nicht gewinnen, aber du kriegst auf jeden Fall was rein. Ja, du kannst es auf jeden Fall refinanzieren. Klar, da gibt es ja natürlich Detailprobleme. Das hatten wir ja schon mal, als wir darüber gesprochen haben. Es gibt gar nicht so viele Bautrupps in Deutschland. Also es ist nicht so ganz so einfach, wie ich es jetzt geschildert habe. Aber die Grundidee wäre, wenn es für Provider anscheinend nicht, jedenfalls in manchen Bereichen nicht möglich ist, ökonomisch das zu betreiben, dann muss es eben der Staat machen. Und das wäre im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Einige Landkreise machen das ja schon. Also der Landkreis bei meiner Mutter, der nimmt halt Geld auf, um das Glasfasernetz zu verlegen und verpachtet das dann an Unternehmen, die halt Daten liefern wollen. Stell dir mal vor, dieser Landkreis dürfte sich dieses Geld nicht mehr leihen. Wäre doch verrückt. Also insofern, was ich aber noch nicht verstanden habe, du hast ja am Anfang gesagt, die Schuldenbremse erlaubt im Prinzip bei wirtschaftlichen Problemen Investitionen Infrastruktur. Warum? Nee, Konjunktur. In Konjunktur. Das ist der Unterschied. Konjunkturelle Engpässe können mit Schulden aufgefangen werden, sofern man von vornherein mitregelt, wie man gedenkt ist, Geld zurückzuzahlen. Das heißt, bei konjunkturellen Engpässen gibt es das, aber nicht für Infrastrukturinvestitionen. Das ist das Problem. Also Konjunktur heißt Wirtschaftswachstum. Genau, darum geht es. Also Steuern brechen ein, weil Wirtschaftskrise. Dann muss der Staat, das ist dieses alte Konzept des sogenannten Deficit Spending, dass man also in Wirtschaftskrisen… Um dann Lehrer, Lehrerinnen noch zu bezahlen, also in dem Fall ist es dann die Länder, aber der Bund, keine Ahnung, welche Verpflichtungen, Bundesbeamte etc. zu bezahlen, da reichen dann die Steuern nämlich nicht aus, weil die Konjunktur in den Bach runtergeht und deswegen kann er, muss er und darf er auch trotz Schuldenbremse Kredite aufnehmen. Ganz genau. Mehr verschuldet. Aber eben nicht für Infrastrukturinvestitionen und das ist, denke ich, ein großes Problem und deswegen hat der Bund, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz klar, aber soweit ich das verstanden habe, hat der Bund auch die Extrahaushalte bewusst nicht einbezogen in die Schuldenbremse und wie gesagt, viele Länder haben es auch nicht getan. Der Berliner Finanzsenator, obwohl er von der SPD ist, will jetzt das quasi päpstlicher als der Papst regeln. Bin mal gespannt. Also die Linken haben schon angekündigt hier in Berlin, dass sie das sicher nicht mitmachen werden. Von den Grünen gibt es noch kein Statement, aber ich denke, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. So, wir kommen jetzt am Ende nochmal auf einen Feedback-Blog und zwar betrifft der unsere Behandlung der Gesundheitsgefahren der angeblichen von 5G, im Speziellen von Mobilfunk. Da hat es reichlich Kritik gegeben von eurer Seite. Im Kern war der Vorwurf, ihr liebe Lage verbreitet FUD, also Fear, Uncertainty and Doubt. Das ist so ein Internet-Kürzel, ne? Genau, Furcht, Unsicherheit und Zweifel. Ein Zitat aus den Kommentaren bei uns ist, ich finde es aber schwierig, dass dies gerade in einem von Verschwörungstheorie so vorbelasteten Bereich von zwei Journalisten ohne naturwissenschaftliche Vorkenntnisse und dazu noch mit persönlichen Anekdoten erfolgt. So, und diesen Vorwurf, den müssen wir natürlich mal diskutieren. Also, ich würde zunächst mal, das mit dem ohne naturwissenschaftliche Vorkenntnisse ist so ein bisschen Käse, würde ich jetzt mal sagen. Das will ich jetzt nicht ausbreiten, was unsere Vorkenntnisse sind, aber trotzdem kann man über diesen Vorwurf diskutieren, dass wir, dass unsere Berichterstattung da nicht so hundertprozentig sauer war. Genau, also bevor wir das machen, erstmal, also das mal ganz generell, erstmal danke an all die, also generell für die Kommentare, aber auch vor allen Dingen an diejenigen, die jetzt Kritik formuliert haben an diesem Segment, weil ich a fand, dass die Kritik in einem sachlichen guten Ton vorgetragen wurde, aber weil ich auch fand, dass ihr euch sehr viel Zeit genommen habt, um eure Kritik vorzubringen und auch die Links rauszusuchen und die Argumentation zu machen. Also, da haben sich ein paar Leute echt lange an die Tasten gesetzt. Die Alternative, hättet ihr auch sagen können, was reden die für einen Scheiß, ist mir doch egal. Ja, oder ich höre das nicht mehr. Oder ich höre das nicht mehr, sondern, das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt euch hingesetzt und wirklich in einem, finde ich, guten Ton, sachlich, schmerzhaft für uns natürlich auch, aufgeschrieben, was da in euren Augen schiefgelaufen ist und wir haben es dann also nochmal drüber gebeugt, haben alle Links gelesen, die ihr gepostet habt und sind also zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich Fehler gemacht haben. Also, als erstes grob würde ich sagen, wir haben einfach ein verzerrtes Bild der Studienlage dargestellt. Das würde ich als größtes Problem bezeichnen. Die Studien, die wir zitiert haben, waren nicht kompletter Humbug, aber wir sind über ihre Schwächen zu leicht hinweggegangen. Wir haben gesagt, sie haben Schwächen, aber haben das mehr oder weniger so, ja, haben sie aber trotzdem gültig. Wenn man aber mal genauer hinguckt, sind die Schwächen dieser Studien so groß, dass sie eigentlich kaum dafür taugen, das Argument zu stützen, dass Mobilfunkstrahlen auch innerhalb der Grenzwerte gesundheitliche Schäden anrichten. Ja genau, also der Punkt ist eben, es gibt sehr viele große Studien, die sagen, es gibt da keine gesundheitlichen Probleme und dann gibt es eben zwei, drei Studien, die zu anderen Ergebnissen in Teilen kommen, wo man sich aber eben sehr fragen muss, ob die denn in dem Gesamtbild irgendeinen nennenswerten Einfluss haben, gerade angesichts ihrer Schwächen. Und das ist eigentlich das, was ich denke, wir hätten klarer auf den Punkt bringen sollen, dass es eben in der Gesamtbetrachtung keinerlei belastbare Hinweise auf Strahlenschäden durch Handys gibt. Plus, dass es eben sehr große und aufwendige und peer-reviewte Studien gibt, die das untersucht haben und die keinen Effekt haben. Das hätten wir erst sagen müssen, das Ergebnis wäre dann gewesen, eben keine belastbaren Hinweise für Strahlenschäden. Das wäre das Verzerrte Bild. Genau, und wir haben das jetzt nochmal zum Anlass genommen, uns so ein bisschen Gedanken nochmal zu machen, was denn da eigentlich das Problem war und ich glaube, wir sind an dieser Stelle, das haben auch ein, zwei Leute in den Kommentaren schon so angedeutet, wir sind da in so eine gewisse Falle getappt, die darauf beruht, dass wir weit überwiegend eher über politische Diskurse berichten und uns ist dann aufgefallen, dass man halt einfach, das ist ja keine Neuigkeit, aber das haben wir in diesem Fall aus dem Blick verloren, dass man über Naturwissenschaften einfach anders berichten muss als über politische Diskurse. In der Politik stellt man verschiedene Sichtweisen dar, die Grünen sagen dieses, die AfD sagt das und die CDU meint das und dann kann man einfach verschiedener Meinung sein. Da gibt es normalerweise kein richtig und falsch, gibt natürlich historische Wahrheiten und so, aber was so quasi politisch opportun ist, das ist eben Ansichtssache, das kann man nicht so richtig eindeutig entscheiden, da können wir eine eigene Meinung haben, aber das ist eben letztlich nicht klar beweisbar und das ist in den Naturwissenschaften in vielen Fällen anders. Man kann nicht ernsthaft darüber streiten, dass, keine Ahnung, der Umfang eines Kreises sich nach einer bestimmten Formel aus dem Radius berechnet. Das ist eben Pi mal sonst was und das kann man eindeutig bestimmen und da kann man auch letztlich nicht groß drüber streiten. Viele wissenschaftliche Dinge sind wenigstens relativ klar belegbar, da gibt es eben eine gefestigte Studienlage und ich denke, unser Job ist es hier, dass wir uns ein Bild machen von dieser Studienlage, notfalls, wenn wir die nicht selber lesen können, auf der Grundlage von bekannt seriösem Wissenschaftsjournalismus und dann klar Position beziehen. Ja, also ich glaube, da sehe ich das in der Nuance ein bisschen anders. Also ich finde auch, dass es in der politischen Debatte Tatsachen und Fakten gibt. Ja, natürlich gibt es auch. Und darauf basierend, die nimmt man zur Kenntnis, die wertet man unterschiedlich, aber da gibt es eine gewisse, sagen wir mal, unstrittige Faktenlage und darauf basierend ordnen wir das dann ein und gibt es Perspektiven und Sichtweisen. Und ich finde, viel anders ist das in der Wissenschaft auch nicht. Auch da gibt es Erkenntnisse, Tatsachen, Studien, die man sich natürlich, so wie man das in der politischen Diskussion auch macht, umfänglich angucken soll. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen ist das verzerrte Bild entstanden. So, was ich mich aber an dieser, was ich mich auch basierend auf den Kommentaren gefragt habe, ist, wie man denn mit, sagen wir mal, sich wandelnder wissenschaftlicher Erkenntnis beschäftigen sollte. Wie sollte man das machen? Weißt du, in diesem Fall war es jetzt so, dass die These war, da gibt es Studien, die die beherrschende Meinung infrage stellen. Turns out tun sie nicht. Nicht validieren. Ja, das finde ich macht eigentlich sehr schön deutlich, wie man damit umgehen muss aus einer journalistischen Perspektive. Also ich finde, unser Job ist es, dass wir uns hier ein Bild machen und dann ganz klar Position beziehen. Wir müssen einfach den Hörerinnen und Hörern sagen, diese Frage ist wissenschaftlich noch umstritten. Da gibt es auch wissenschaftlich keinen Konsens oder noch keine klare Position. Oder wir müssen sagen, diese Frage ist von Einzelnen noch bestritten, aber im Prinzip ist die Frage wissenschaftlich klar beantwortet. Und da sind wir in diesem Fall 5G und Gesundheitsrisiken sind wir da einfach völlig falsch abgewundert. In den falschen abgewunderten. Da hätten wir einfach sagen müssen, so und so. Und wie gesagt, also ich glaube schon, dass es einfach bei wissenschaftlichen oder zum Beispiel auch bei medizinischen Fragen einfach häufiger doch relativ klare Wahrheiten gibt, als es eben in politischen Fragen ist. Klar, in politischen Fragen gibt es auch, wie gesagt, historische Fakten gibt es natürlich oder bestimmte volkswirtschaftliche Dinge, die man dann wiederum mit Studien belegen kann oder so. Aber weißt du zum Beispiel die Frage, ist es politisch sinnvoll, Wohnungen zu enteignen? Haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Da kann man lange drüber streiten, aber da gibt es eigentlich kaum eine wissenschaftliche Wahrheit. Man kann vielleicht noch festlegen oder extrapolieren, was das möglicherweise für volkswirtschaftliche Effekte haben kann. Aber das ist einfach letztlich nicht klar beweisbar. Und deswegen finde ich schon, ist das was anderes, ob man über eine wissenschaftlich-medizinisch-physikalische Frage diskutiert, journalistisch jetzt, oder ob man sich zu alltagspolitischen Fragen äußert. Also ich glaube, wir sind da einer Meinung. Ich glaube, der Punkt ist, dass die Wissenschaft, wenn ich sage, auch eine politische Diskussion rot auf Fakten, dann ist ja die Wissenschaft dafür zuständig, unter anderem diese Fakten zu liefern. Also sie kommt sozusagen eine Stufe vorher zum Einsatz. Und die politische Diskussion wäre jetzt hier, wenn es denn richtig gewesen wäre, wie soll die Politik auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse reagieren? Ja, aber da hätte man dann diskutieren müssen. Aber in dieser Frage, was gilt denn als Tatsache? Was gilt als Fakt? Da würde ich dir auch sagen, da gibt es halt mehr oder weniger die eine Lage, gibt vielleicht ein bisschen Widerspruch, aber im Kern ist sich die Wissenschaft einig. Und es gibt möglicherweise Lagen, wo, sagen wir mal, Studien, die vergleichbar sind, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und dann kann man sagen, ist die Lage unübersichtlich. Und das ist es in diesem Fall eindeutig nicht. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Genau, das ist der Fehler, dass wir das nicht klar genug gemacht haben. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass es einfach sehr, sehr schön ist, dass ihr da so engagiert kommentiert habt. Und das gibt uns eben auch Anlass, da nochmal wieder darauf einzugehen, die Sachen so ein bisschen klarzustellen. Und das machen wir ja auch, denke ich, immer in der Lage. Wenn uns irgendwas auffällt, was falsch war, dann kommen wir. Mir ist dann nur in dieser Debatte, als wir da vorhin drüber geredet haben, auch nochmal dieser Einwand aufgefallen, den wir auch neulich gebracht haben. Diese beiden Punkte von der Leiterin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, glaube ich. Die hatten wir im Interview und ein paar O-Töne. Und als wir über den IPCC-Bericht gesprochen haben, also diesen Bericht der UN, des Klimarats, die ja auch letztlich sich 6000 Quid-Studien angucken und daraus eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis destillieren. Und die sagen auch an ganz vielen Stellen nicht 100% sicher, 100% sicher, 100% sicher, sondern sie markieren diese Erkenntnisse mit Wahrscheinlichkeiten. Und dann ist die wissenschaftlich-gesellschaftliche Debatte, wie hoch muss die Wahrscheinlichkeit sein, damit wir das als gesicherte Akzeptnis akzeptieren. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, das haben wir ja damals gesagt, weil es eben nicht so ist, dass Wissenschaft entweder gesichert und klar und richtig ist oder falsch und widerlegt, sondern es gibt bei ganz vielen Sachen eben Unsicherheiten. Und ich finde, das zu markieren ist Aufgabe der Wissenschaft, ist auch unsere Aufgabe. Wenn es denn Unklarheiten gibt. Wenn es Unklaren gibt. Und das würde ich sagen, da haben wir hier einfach den falschen Marker gesetzt. Wir haben von Unsicherheiten und unklarer Erkenntnislage gesprochen, wo es hier eigentlich nicht gibt. Aber wie gesagt, wir geloben Besserung und wir werden da gerade auch bei wissenschaftlichen Fragen noch besonders uns in Zukunft genau diese Frage stellen. Also diese Debatte, das hat schon zu einer erhöhten Sensibilität bei mir geführt. Also wo ich sage, also klar, Fehler passieren, ist immer doof, soll nicht sein, aber in diesem Fall war es auch dank eurer sachlichen und detaillierten Kritik durchaus eine Lehrstunde. Genau. So. Ich würde sagen. Lassen wir es gut sein? Lassen wir es gut sein. Ich denke auch, die Lage der Nation ist umfassend und abschließend erörtert. Und dieses Mal am Ende des Wochenendes, so wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche. Kommt gut durch. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Genau. Klickt euch mal Tickets. Lage live in Konstanz, 25. Mai. Lage. Live. Genau. Newsletter gibt es unter. Lage Nation slash Newsletter. Genau. Da haben wir inzwischen auch viele tausend Menschen, die den abonniert haben. Da bekommt ihr immer die Links in eurer E-Mail-Box geliefert, auf der die aktuelle Folge beruht. Genau. Ich hatte immer überlegt, das vielleicht mal so, vielleicht Feedback von euch. Ob wir da noch ein bisschen was dazuschreiben sollen, so ein bisschen die Thesen der Sendung oder so. Ist natürlich für uns Mehrarbeit. Weiß ich nicht, ob euch das was bringt. Ja. Weiß ja Ahnung. Ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Könnt ihr ja mal einen Senf so abgeben. Ohne Versprechen. Genau. Und ansonsten freuen wir uns wirklich immer über Hinweise auf die aktuelle Sendung oder zur aktuellen Sendung in unseren Kommentaren. Feedback per E-Mail ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Woche schreiben muss. Liebe Leute, ja, vielen Dank, aber bitte kommentiert es. Also das wäre wirklich total nett. Wenn ihr eine Anmerkung habt, bitte, bitte, bitte schreibt sie bei uns auf die Seite. Wir können nicht individuelle E-Mails bearbeiten. Dazu sind es viel zu viele. Was aber gut funktioniert ist, wenn ihr glaubt, das ist ein Thema für die Lage, ein Artikel, der ganz wichtig ist. Schickt uns einen Link per Twitter. Das finde ich, das ist ein guter Mechanismus, wo ich dann sehe, hier Lage, guckt euch das mal an. Und ein Link per Mail ist auch in Ordnung. Also da habe ich jetzt nichts dagegen. Genau. Aber der Punkt ist nur, Kommentare, inhaltliche Anmerkungen zur Sendung können wir nicht per E-Mail bearbeiten. Dazu sind es einfach zu viele. Und außerdem ist es auch schön, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil dann eure Anmerkungen gleich wieder die Diskussion befruchten. Dann gibt es andere, die dazu noch wieder irgendwie was schreiben können. Das ist für alle Beteiligten viel besser, wenn ihr das direkt in den Kommentaren schreibt. Das geht auf unserer Seite lagenation.org und da müsst ihr einmal in den Titel der aktuellen Sendung klicken. Und dann seht ihr, kann man kommentieren. Das ist so ein ganz bisschen doof in WordPress. Da überlegen wir uns nochmal was Neues. Aber jedenfalls, ihr müsst einmal quasi die aktuelle Folge oben anklicken, dann kommt ihr auf die Seite mit den Kommentaren. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Und tschüss. Wann kommen wir? Freitag. Freitag, Samstagabend. Freitagabend, irgendwann, Samstagmorgen. Genau. Alles klar, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.